Es ist sehr, sehr schön, viele bekannte Gesichter zu sehen. Und dann auch sehr schön, die, die man noch nicht kennt, zu sehen. Ich gucke euch mal einen Moment an. Ja, Gott macht einige überwältigende Dinge, nicht wahr? Macht Gott Überwältigendes in deinem Leben? Möchtest du, dass Gott es tut, einiges Überwältigendes in deinem Leben? Super. Dann bin ich am richtigen Ort. Weißt du, es ist nicht so, dass jeder das will, dass Gott Überwältigendes in seinem Leben bewirkt. Das ist die Wahrheit. Es gibt eine große Gruppe von Christen, die möchten im Wesentlichen eine schöne Zeit sonntags haben. Aber dann wollen sie gerne los und ihr eigenes Leben führen. Heiliger Geist, berühre mich nicht zu sehr, denn ich habe ja noch mein eigenes Leben, das ich führen möchte. Weißt du, wovon ich da spreche? Aber diese Gruppe hier ist das nicht. Was habt ihr gedacht über das, was Pastorin Elsa vorhin gesagt hat? Dass wir das so sehen, dass das Übernatürliche wirklich natürlich für uns wird. Hat das dein Herz getroffen? Eine Person, aber hin schon. Amen. Danke für das. Amen. Gottes Segen darf. Für dich eine Doppelportion, Herr. Jetzt habe ich schon zwei Leute, die nicken. Sehr gut. Danke, Jesus. Ich habe einen Freund, der hat eines Tages im Garten gearbeitet. Und einer von den Engeln, die sich so um sein Leben aufhalten, der sprach mit ihm, als er so im Garten zur Sache ging. Und mein Freund sagte, Ich möchte gerne mit dir über das Übernatürliche sprechen. Und der Engel sagte, du meinst das Natürliche. Und er sagte, nein, nein, ich meine das Übernatürliche. Aber der Engel antwortete wieder, nein, nein, du meinst das Natürliche. Und wieder sagt er, nein, ich meine das Übernatürliche. Er hat dreimal gebraucht, bevor er dann endlich verstand, dass der Engel sagen wollte, dies hier sollte das natürliche Leben für uns sein. In der Kraft Gottes zu leben, das ist für uns was Natürliches. Genauso wie Elsa vorhin sagte. Aber wir wollen mehr, oder? Fast überall, wo ich hingehe und spreche oder wo ich hinreise, haben wir dann Themen, etwa wie im Übernatürlichen Gehen. Oder im Übernatürlichen Leben. Oder die Schule des Übernatürlichen. Und viele Leute meinen, das wäre ziemlich frivol. Eigentlich auch nicht nötig. Jemand sagte, wir müssen zurückkehren zum normalen Evangelium. Und ich habe immer gedacht, wenn Zeichen und Wunder folgen, das wäre das normale Evangelium. Welches Normal versuchen wir denn zu erreichen? Also ich weiß schon, wie normal bei uns im Leben aussieht. Und für die meisten in der Gemeindewelt ist das aber nicht normal. Ich halte das aber für sehr wichtig, ganz besonders jetzt, dass wir lernen, in Gottes übernatürlichen Dingen uns zu bewegen. Und dass das natürlich wird. Dass Gott dann durch uns fließt, sich durch uns bewegt und wir das für gar nicht seltsam halten. Dass Zeichen und Wunder geschehen und wir denken gar nicht, oh, ist das komisch, sondern dass wir sagen, das ist total normal. Amen? Amen. Ich glaube, ich lese euch mal einige Bibelstellen vor. Es ist immer gut, etwas aus der Schrift zu lesen. Weißt du, im Buch Esther wir wissen, dass Esther eine Jüdin war und sie wurde zur Königin und zwar dem König Ataxerxes. Das war der persische König. Und der böse Haman der hatte einen Plan geschmiedet, er wollte alle Juden umbringen. Kennst du die Geschichte? Einige von euch, super. Du weißt, ich mache hier nur Scherze, oder? Ich weiß schon, die zehn Leute, die die Hand gehoben haben gerade, die haben zwar nur die Hand gehoben, aber alle anderen sagten auch, ja, die Geschichte kennen wir natürlich. Wenigstens hoffe ich, dass du sie kennst. Und der Onkel von Esther, der hieß Mordechai, und er sagte, du musst vor den König treten. Und du musst dein Volk retten. Und eigentlich ist das eine gute Beschreibung für das Zeitalter, in dem wir gerade sind. Mordechai spricht zu Esther in Esther 4, Vers 14. Denn wenn du zu diesem Zeitpunkt wirklich schweigst, so wird Befreiung und Rettung für die Juden von einem anderen Ort her erstehen. Du aber und das Haus deines Vaters, ihr werdet umkommen. Und wer erkennt, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist? Und ich denke wirklich, dass diese Bibelstelle zu uns spricht, hier zu unserer Zeit. Wir befinden uns in besonderer Zeit. Finsternis kommt zu uns, ist auf dem Weg. Ist sogar zu einem größeren Maß hervorgetreten. Und dies ist jetzt die Stunde, in der wir aufzustehen haben und die sein müssen, wer wir wirklich sind. Ich weiß nicht, wie das jetzt unbedingt mit Deutschland gerade aussieht. Aber ich weiß wohl, in der amerikanischen Kirche, da streitet man untereinander oder diskutiert. Aber Jesus, der wird doch die Sachen nicht ganz schlimm werden lassen, oder? Nein, Jesus wird es doch nie zulassen. Aber diese Diskussion wird nur in der westlichen Kirche geführt. Denn es gibt längst viele Orte, wo die Christen unter schlimmster Verfolgung leben. Und da diskutieren die nicht in dieser Weise. also tatsächlich so, wie die Schrift uns gesagt hat, Finsternis wird das Volk bedecken, aber über uns geht dein Licht auf. Herrlichkeit, ein großer Glanz, die Herrlichkeit des Herrn, wird über uns aufgehen. beschreibt uns das gut, der große Glanz, haben wir den? Amen. Danke, Jesus. Es sollte sicherlich eine Beschreibung für uns sein. Und wir sind jetzt hier, zu dieser Zeit, um eine Bestimmung zu erfüllen. Gott hat für jeden hier von uns eine Bestimmung. Und es ist nicht das, was die Welt als normal bezeichnen würde. Und es ist auch nicht einmal das, was die gemeine Welt als normal sehen würde. Ich habe dir ja schon erzählt von dem Mann, der gesagt hat, wir müssen zurückkehren zum normalen Evangelium. Und das war jemand, der hatte den Ruf, er sei Prophet. Das macht mir schon ein bisschen Angst. Besser kann man es nicht sagen, glaube ich. Das war ein Amen von den Engeln. Gott gibt uns großartige Pläne für unser Leben. Und so viel größer, als was wir erkennen. in Jeremia Kapitel 29 spricht der Herr davon, dass er für uns großartige Pläne hat. Pläne, um uns zu segnen, nicht uns Schaden zuzufügen. Uns eine Hoffnung zu geben und eine Zukunft. Und das geht weit über alles hinaus, was wir normalerweise an der Stelle denken und sehen. wir können gar nicht weit genug träumen, dass es verglichen werden könnte mit dem guten Plan Gottes für unser Leben. Das ist absolut wahr. Und ich möchte über einige Dinge sprechen. Und das mag so manch einen von euch richtig dehnen. Einige von euch weiß ich genau, das dehnt dich nicht so sehr. Aber was wir müssen, ist eigentlich entscheiden. Ist das Übernatürliche natürlich für uns? Möchte Gott wirklich, dass wir in diesen Dingen gehen und leben? Und ist es möglich für dich und mich so zu sein, wie Henoch oder Elia oder Mose? Oder sind das ganz Besondere, die Gott mal gebraucht hat? Aber so besonders sind wir dann vielleicht nicht. Das ist das, was der Großteil der Gemeinde glaubt. Schau auf die Wunder in der Bibel. Grandiose Wunder von einem Buchdeckel bis zum nächsten. Und dann fängst du an, diese Dinge zu glauben. Und du sagst, ja, das glaube ich. Und dann gibt es immer irgendwo einen, der nur sagt, ja, aber das war nur in den Tagen der Bibel. Das waren ganz besondere Leute, die Gott gebraucht hat. Und wozu macht dich das dann? Das Wort sagt uns, Jesus Christus ist derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Und er ist niemand, der einen dem anderen vorzieht. Er sieht die Person nicht an. Und das ist eine gute Nachricht für uns. Denn wir sind nicht geschaffen worden, um in den Augen der Welt normal zu sein. Amen? Siehst du dich selbst als jemand, der normal ist? Ich weiß, dass viele sonst uns hier nicht als normal sehen. Und das ist okay. Ah, das geht klar. Amen. 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 Es gibt einen Grund dafür, weshalb wir sehr gerne übernatürliche Filme betrachten und die alle toll finden. All die Filme, wo die Superhelden drin sind. Und wo das Gute das Böse besiegt. Wolltest du wissen, warum dich das anzieht? Das ist genau, was du sein sollst, wer du sein sollst. Amen. Amen. Gott tut einige geniale Sachen. Das hat er schon immer getan, aber dies ist zudem noch eine besondere Zeit. Denn in unserer Zeit dürfen wir daran teilhaben. wir können eine ganz große Rolle darin spielen. In all dem, was Gott macht. Und mir ist schon vorhin aufgefallen, es ist schon interessant mit einer Gemeinde, die so viele Leute aus unterschiedlichen Hintergründen hat, dass sogar die Engel sich unterschiedlich kleiden. Und ich dachte, das ist wirklich süß. Also das ist schon was echt Außergewöhnliches. Ich sah zwei Engel, die standen hier vorne und die hatten so wunderbare rote Schleppen, die man da so drüber macht. Ich dachte, das ist richtig cool. Das fand ich richtig gut. Nennt man das so? Schleppen? Ist das richtig? Das ist falsch, das Wort, also so ein Stoffstück da drüber. Wie heißen die? Scherpen. Ja, nah dran. Das ist nicht in meinem täglichen Wortschatz. Gott, der noch. I know I didn't talk that much. But you said something that needed so much attention. Many times Thomas improves my messages for me. Ja, aber nicht immer. Also manchmal so wird gesagt, würde ich seine Botschaften verbessern, aber das ist nicht immer so. Ganz sicher nicht. Und einigen von euch ist eventuell auch etwas aufgefallen, dass ich diesmal, wo ich bei euch bin, sogar ein wenig lächle. Hey man, habt ihr das schon bemerkt? Ich habe geübt. Es gibt so viele Leute, die da über mich lachen und jetzt muss ich unbedingt anfangen zu lachen und lächeln, wenn ich auch rede. Sonst stehe ich immer auf vor den Leuten und dann habe ich immer gesagt, ich freue mich so sehr, heute hier zu sein. Und die Leute sagen immer, ja, aber es sieht wirklich nicht danach aus. Und ich sage dann, aber es ist so, es ist echt so. Ich bin wirklich begeistert. In Römer 8, Vers 19 Hier heißt es, denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Okay, eben hieß es in der Englischen noch Kinder Gottes wahrscheinlich. Habe nicht so gut zugehört. Aber diese nächste Übersetzung sagt, sie wartet die Schöpfung auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Der Söhne! There we go again. Yeah, sorry. Need to emphasize that. You know, Söhne, it signifies a maturity. Und wenn das Wort Söhne gebraucht ist, dann kennzeichnet das unsere Reife. Nämlich, dass wir hineinwachsen in etwas. Wir trinken nicht länger Milch. Okay, also wir trinken nicht länger nur die Milch, sondern jetzt kommt etwas Festigkeit dabei. Wir essen Fleisch, meinetwegen. Feste Speise. Und die gesamte Schöpfung, die säufst und ächzt und wartet auf dich. Hört sich wahrscheinlich nach sehr großer Verantwortlichkeit an. Aber schon jetzt hat der Herr alle Dinge bereitgestellt. Und er ist es, der uns hineinbewegen wird, aufrichten wird in das hinein, was wir zu tun haben, was er möchte. Der Heilige Geist ist es, der uns kräftig und bevollmächtigt zu jeder Aufgabe. Nicht wir tragen die Last. Sondern wir teilen nur den Sieg aus, den Gott schon längst gewonnen hat. Und es ist dann auch gar nicht so schwierig. Manchmal ist es schwer, aber nicht schwierig. Denn alles, was wir zu tun haben, ist mal hinhören, was die Stimme Gottes sagt und dann ihr folgen. Wir müssen ja nicht die Dinge alle verstehen und begreifen erst. Es genügt, auf Gottes Stimme zu horchen und der zu folgen. Und er macht die Dinge auch deutlich und klar und führt uns in die richtige Richtung. Amen? Amen. Ich habe einen Freund in den USA und als wir anfingen über Gottes Wunder wirken zu sprechen oder jedes Mal, wenn wir das tun, erzählt er mir gleich, Mike, die Sachen brauche ich nicht. Ich halte den Blick einfach fest auf Christus und erst habe ich nicht verstanden, was er sagen wollte. Denn auch ich habe meinen Blick fest auf Christus gerichtet. Aber ganz häufig sind die Dinge, zu denen Gott uns gerufen hat, etwas, das gegen das antritt, was die Gemeinde als normal kennt. Und wenn man dann die Schrift liest und die Dinge liest, die Gott von uns erwartet, und dann weißt du genau, normale Leute kriegen das niemals auf die Reihe. wenigstens nicht normale Leute in den Augen der Welt. Matthäus 10, Vers 8 redet über die Tatsache, dass wir die Toten aufzuwecken haben. Wer kann denn das, außer du und ich? Allein in der Kraft Gottes, selbstverständlich. Aber das ist nicht das Durchschnittschristentum, wie man es heute sieht. Oder eben die Kranken heilen. Und der Herr gibt uns also den Auftrag, etwas zu verrichten, das unmöglich ist, wenn wir nicht in seiner Bevollmächtigung gehen. Es muss also Gott sein. Damit kriegt er alle Ehre. Genauso wie, wenn du irgendwo hingehst und dann betest du für eine Person und die Person wird geheilt. Und dann sagen die, aber ich kenne den. Der hat nie irgendwie komisch gewirkt vorher. Aber, ja, jetzt bin ich gerade geheilt worden, also muss das ja von Gott sein. Und das ist gut, wenn sie das so aufnehmen. Dann kriegt Gott die Ehre dafür. und ich frage mich gerade im Moment so ein bisschen, wann soll ich in das tiefe Becken mit euch springen. Oh, thank you, Jesus. Oh, the deeper the better. Okay. Amen. Amen. Ich lege ein wenig Grundlage. Nur ein wenig erst. Und dann, hab wohl das Empfinden, dass ihr das schon längst habt. Aber weißt du, diese Bibelstellen, die uns sagen, die Wunder zu wirken, das sind die, die für heute sind. Die sind für uns. Der Herr hat dich aufgerichtet, die Antwort auf das Gebet einer anderen Person zu sein. Du sollst die Gebetserhöhung für eine andere Person sein. Jetzt ist mir wirklich klar und nur so sehen wir es, dass es alles durch den Herrn geht und alle Ehre immer zu ihm. Er bekommt alle Herrlichkeit. Aber er gebraucht uns. Und er gebraucht uns auch, auf Wegen die Wunder hervorbringen. Und es ist wichtig, in dieser letzten Zeit, das Leben von Menschen hängt davon ab, davon, dass du dich in den übernatürlichen Dingen bewegst, dass das zu unserem normalen Leben wird. Amen. Wer von euch hier würde sagen, es sollte normal sein, die Engel zu sehen, die in unserem Leben am Werk sind? Da würde ich fast sagen, das sind ja alle. Dann habe ich eine Frage. Da war ein Freund, der sagte, wo ist die Bibelstelle, die sagt, Engel zu sehen ist normal? Ich sagte, richtig gute Frage. Ich sagte, du brauchst ja eine Bibelstelle, damit du dann glauben kannst. Er sagte, ja. Ich sagte, dann sag mir die Bibelstelle, die sagt, Engel nicht zu sehen ist normal. Oder andersrum, keine Engel zu sehen ist normal. Natürlich hatte der keine Bibelstelle dafür. Denn wenn du in die Schrift schaust, von der Schöpfung an, findest du Aufzeichnungen von Handlungen, von Interaktionen zwischen dem Himmel und dem Volk Gottes. Dann würdest du vielleicht fragen, wo steht es, dass es normal ist, dass Leute mit Engeln reden? Keine Ahnung, aber Daniel, der Prophet, der hat mit Engeln geredet. Joshua hat mit einem Engel geredet. Maria hat mit einem Engel geredet. Hat sogar fast schon mit ihm diskutiert. Wie darf das denn sein? Geht das überhaupt? Die Schrift sagt uns auch, dass der Herr seinen Engeln befohlen hat, über uns zu wachen. Also sind die hier. Wir müssen uns erst nur anfangen, dessen bewusst zu sein. Die Bibel sagt, dass du mit den Gästen aufnehmen und nicht bewusst bist. Also passt auf, sonst merkt ihr es nicht, dass ihr manchmal Engel bei euch zu Hause und ihr habt es nicht mal bemerkt. Also er tut jetzt so, als hätte er die Schriftstelle nicht richtig zitiert und deswegen hätte ich Schwierigkeiten, aber das ist andersrum. Es ist nur nett dort, von da. Das ist aber durchaus wirklich meine Erwartung, dass wir reif genug sind, um zu wissen, dass es Bibelstellen gibt, die alles dies unterstützen. Wir brauchen nicht noch, dass jemand fragt, ja wo steht es denn in der Bibel, dass es überhaupt Engel gibt? Wo steht es, dass Christen Wunder wirken sollen? Da sollten wir schon wirklich reifer sein an diesem Punkt. Amen? Und worüber ich also spreche, ist, dass dies zum normalen Leben für uns wird. Mein Freund, der mir gesagt hatte, er braucht das nicht, er sagt, ich brauche nur Jesus. Und Engel haben sogar Jesus gedient. Oder? Das gäbe es als Bibelstelle zu haben. Und das Witzige war, als wir bei ihm noch zu Hause waren und sprachen, einer der Engel, der in seinem Leben ist und ihn schützt, der stand bei der Treppe und ich habe dann so bei mir gedacht, na, was der jetzt wohl denkt. Dass mein Freund das nicht annehmen will, dass er im Grunde Partner von ihm sein kann, dem Engel da in seinem Dienst. Denn wir sind Partner im Dienst, oder? In der Offenbarung, Johannes fiel dort zu Boden vor einem Engel. Da sagte der, tu das nicht, wir sind Mitarbeiter. Die Leute haben merkwürdige Vorstellungen über solche Themen. Und ich rede ganz offen hier über dies. Und der Grund ist wirklich nicht der, dass jetzt unser ganzer Blickpunkt auf Engel gehen soll, darum geht es nicht. Aber allein wenn du im übernatürlichen Bereich gehen wirst, dort wo Gottes Wunder sind, da wirst du mit Engeln zusammenarbeiten. Selbst wenn du dir dessen nicht immer bewusst bist, sind sie Mitarbeiter auch im Evangelium. Das ist das normale Leben. und je größer dein Bewusstsein ist, umso mehr wirst du Gottes Hand in deinem Leben sehen. Und umso mehr wirst du feststellen, wie der Himmel dein Partner ist. Es bleibt aber eine Entscheidung. Du wählst, ob du diese Art Leben haben wünschst, haben möchtest, besser. Und der Herr hat dich und mich in sein Reich hineingeführt für eine Zeit wie diese. Es bleibt aber eine Entscheidung. Wenn du den Entschluss fasst und sagst, ja Herr, was du auch für mich hast, ich möchte es gerne haben, dann bist du auf dem Pfad. Das ist oft der erste Schritt. Dieses, ja Herr, was es auch ist, dass du sagst, ich werde es machen. Und wenn ich jetzt über solche Sachen rede, gibt es ganz viele Leute, die das alles viel zu locker nehmen und oberflächlich sind. die vom Gleis runterfallen. Wie sagt man das denn richtig? Aus der Spur fallen oder so. Das ist auch wahr. Menschen, die sprechen dann über das Übernatürliche und aus irgendeinem Grund hört man nie den Namen Jesus Christus. Und dann sagt man, na wo geht das denn jetzt hin? Du sprichst sehr viel über solche Sachen, aber wo ist denn Jesus hier? Und ich habe natürlich einen Grund damit, wenn ich dir das so sage. Denn wenn jemand über Dinge spricht, die deinen Glauben herausfordern, dann haben du und ich die Verantwortung, einzusteigen in Gottes Wort und diese Dinge zu prüfen und dem Heiligen Geist zu gestatten, auch uns diese Offenbarung zu geben. Wir glauben nicht einfach nur etwas, weil Mike es gesagt hat. Er wollte das hören, ich bin sicher. Aber du weißt, worauf ich hinaus möchte. Da waren schon so viele Leute, die mir helfen wollten. Ich spreche so von den tiefsten Dingen, die die Schrift überhaupt offenbart und darin zu gehen. Aber für mich ist der Eingang dort hinein immer der Herr Jesus Christus. Es ist Gebet und Anbetung. Das Wort Gottes. Nachzusinnen über dem Wort. dem Heiligen Geist zu erlauben, dass er uns Offenbarung gibt. Und dann kamen Leute und sagten, Mike, das, wovon du sprichst, dass du deine geistlichen Augen öffnest oder dass du in die Wunder hineingehst. es gibt viel leichtere Wege. Gott will doch nicht, dass wir so viel Zeit im Gebet verschwenden. Da sind tatsächlich Leute gekommen, in Gottesdiensten sogar ähnlich zu diesem und da haben sie mir sowas gesagt. Will Gott wirklich, dass wir so viel Zeit im Gebet verschwenden? Und dann stehst du im Dienst mit so einer Frage und du hast keine Zeit zum Beten? Tatsächlich? Das überrascht mich, wenn es sich so verhält. Da war also ein Freund, der sagte, das war kein echter Freund, das war mehr ein Bekannter. Und er sagte, ich kenne leichtere Wege und dann sagte er, ich habe mit dem da im New Age gesprochen und die Frau hat so viel mehr Ahnung als du und sie hat mir einfache Wege gezeigt, wie meine Augen sich öffnen können und ich habe gesagt, das ist nicht mal eine Option denn wir hören auf den Heiligen Geist. Also selbst wenn Leute sowas aufbringen können, wie etwas, das sich wie eine großartige Idee anhört oder sie haben so viel Wissen um geistliche Dinge, wenn ihre Quelle nicht der Heilige Geist ist, lehnen wir das ab. Und natürlich habe ich einen Grund, wenn ich sowas sage und mir ist sicher, dass ich bin sicher, dass du das weißt. Vor ein paar Wochen habe ich ein E-Mail bekommen und ich war gerade so durch die Lehre hindurch gekommen, da ging es darum, wenn du in den Wundern gehen willst und du willst wirklich so einer sein wie der Henoch und wie der Elia oder Paulus oder etwa wie der Herr Jesus. Dann wirst du Dinge erleben und sie werden dir begegnen, die nur Sonntagschristen nicht erfahren können. So ist es mit der Realität. Wo wollte ich denn nochmal damit hin, Thomas? Also ich habe ein E-Mail bekommen. Hinter die Tiefe. Hinter die Tiefe. Hinter die Tiefe, yes. Yes, I'm still bouncing on the board right now. Ich klatsche immer noch hier auf dem Sprungbrett gerade immer so in der selben Woche habe ich zwei E-Mails bekommen. Das erste da hatte ich darüber gesprochen, die Geister zu prüfen. Wenn du ein Partner des Himmels bist. Der Feind will das mit Sicherheit nicht. Der Feind will nicht, dass du die geistlichen Dinge siehst. Er möchte nicht, dass du Einblick und Einsicht hast. Er möchte, dass du in gar keiner Weise mit dem Himmel zusammenarbeitest. Der Feind hätte gern, dass du die Bibel siehst wie ein Geschichtsbuch. Es ist schon okay, Jesus zu lieben. Lebe ihn von ganzem Herzen. Aber mach bloß die ganzen Sachen nicht, die die Bibel sagt. Das ist, was der Feind so denkt. Das ist, was er will. Und wenn wir also, ja, wie soll ich sagen, hineingehen wollen an die tiefen Dinge Gottes. Da lehrte ich darüber, man muss die Geister prüfen. Denn dann taucht ein Engel auf und dann ist die Frage, ist das wirklich ein Engel? Wie weiß man das? Das sieht man, siehst du viele Engel? Und selbst wenn du ganz viele Engel siehst, so in deinem Leben, woher weißt du, dass das wirklich einer ist? Vielleicht ist es ja keiner. Und das Wort sagt uns, prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Oder von Gott ausgegangen sind. Weshalb würde die Schrift uns so etwas sagen, wenn das nicht als Möglichkeit besteht? Wenn da nicht auch die Möglichkeit bestünde, dass du irgendeinen anderen Geist mal siehst, weshalb würde der Herr uns solch eine Anweisung geben? weil wir sehr wohl diese Dinge begegnen. Und umso mehr Zeit du darauf verwendest, Gott zu suchen und danach trachtest, seinen Willen zu tun. Und ich habe wahrscheinlich sogar 45 Minuten darüber gesprochen, weil es wichtig ist. Und dann steht im E-Mail, da war ein junger Mann in der Schule, im Unterricht, das war in der Schule, in diesem Seminar, das Mike gemacht hat, ein junger Mann, der ging anschließend nach Hause und er sagte, dann ist ein Licht erschienen. Und dann ist er diesem Licht gefolgt, durchs ganze Haus gelaufen. Und mehrere Tage lang ist er dem Licht gefolgt, in seinem Haus. Und er dachte, ich dreh langsam ab. Und dann sagt er, und dann fühlt er sich so, als ob er sich umbringen sollte. Was sagt mir das? Sagt er das? Setz dich bloß nicht mit übernatürlichem auseinander. Denk bloß nicht an das übernatürliche Gottes, das ist viel zu gefährlich. Ist das, was die Schrift dir sagt? Nein, die Schrift sagt aber, prüft die Geister. Und das war genau das, was ich erklärt hatte. Aber als das Licht erschien, hat er nicht gefragt, ist Jesus Christus in das Fleisch gekommen? Hat er nicht gemacht, sondern er ist einfach dem Licht hinterher. Und das führte ihn an keinen guten Ort. Was er hätte tun sollen, war, die Geister zu testen. Und wenn dann keine Erwiderung so stattfindet, dass dies ein Engel ist, dann hätte er sagen sollen, ich widerstehe dir und gebiete dir zu verschwinden. Das ist, wie wir auf diese Dinge reagieren. Nur ein paar Tage später kommt das nächste E-Mail. Und dann habe ich mich gefragt, hören die Leute eigentlich zu, wenn man ihnen was sagt? Unser Fokus muss Christus sein. Und wir müssen die Geister prüfen. Im E-Mail stand, ein Wesen erschien in meinem Haus. Also habe ich das Wesen immer wieder gefragt, wer bist du, wer bist du? Darf ich dich umarmen? Und jetzt umarmt sie das Wesen. Und das Wesen umarmt sie. Und dann sagt sie, kann ich von dir eine Engelsfeder bekommen, damit ich die meinen Freunden zeigen kann? Und ich habe nur gedacht, oh Hilfe. Große Güte. Ja, am Schluss war es ein Dämon. Ich bin sicher, dass du dir das wahrscheinlich schon gedacht hast. Und genau aus dem Grund haben wir dem zu folgen, was die Schrift für solche Situationen sagt. Wenn da ein Wesen auftaucht, prüfst du den Geist. Wenn der nicht von Gott ist, dann gebietest du ihm zu verschwinden. Ich muss euch das sagen. Ich weiß, ihr wisst das wahrscheinlich schon. Aber es gibt immer mal jemanden, der dann am Schluss sagen wird, wer bist du und darf ich eine Engelsfeder haben? Es geht hier nicht um Engelsfedern. Wenn mal ein Engel dir irgendwo eine Feder zurücklässt, klasse. Aber jage keine Engel und versuche irgendwo eine Feder zu schnappen. Das ist keine gute Idee. Oh, Lord Jesus. Herr Jesus. Also ist es wichtig, weise zu sein in Bezug zu diesen Dingen. Ich versuche da locker über diese Sachen zu sprechen. Denn für mich war das Ganze hier eine wirklich fröhliche Reise. Und ich möchte gerne, dass du auch sehen kannst, dass es wirklich große Freude bereitet, sich auf diesen Weg mit Gott zu begeben. Das ist nicht so eine ernste Sache, dass du wirklich jedes kleine Tröpfchen Freude auch noch verlierst. Sondern es bleibt eine ernsthafte Sache. Aber den Unterschied kennst du dann auch. Richtig. Wer hier sucht erstmal nach Engelsfedern? Wer braucht dringend eine Engelsfedern? Das sind ja nur drei. Okay. Alles gut. Denn so viele durch den Geist Gottes geführt werden, das sind Söhne Gottes. Und wir werden geführt vom Heiligen Geist. In allen diesen Dingen. So muss es sein. Und viele von euch wissen, dass der Herr es war, der anfing, mich zu unterrichten, darüber im Geist zu sehen. Und der Herr begann auch Zeichen und Wunder über unser Leben zu gießen. Und uns auf wunderbare Weise zu gebrauchen. Das war alles aber kein Zufall. Sondern es war die Entscheidung. Wir hatten gesagt, ja Herr, was immer du möchtest, wir sind willig, das zu tun. Wir wollen das, was du hast. Und zwar alles. Das brauchen wir nämlich. Besonders zu unserer Zeit. Und weshalb ist das wichtig? Meine Tochter, die ist eines Abends nicht nach Hause gekommen. Und ich bin also vor dem Herrn und beklage mich darüber. Ich weiß, sie ist 20 Jahre alt. Sie ist erwachsen. Aber ich würde sagen, Herr, es ist schon halb elf. Wo ist die? Sag ihr, sie soll nach Hause kommen. Was schlimm ist, wahrscheinlich bete ich nicht in gleicher Weise für meinen Sohn. Aber bei meiner Tochter habe ich dann gesagt, Herr, jetzt ist es elf Uhr. Schick ein Engel, dass er ihr sagt, nach Hause zu kommen. Und sie kam nicht. Mitternacht. Ich sagte, Herr, sende einen Engel, der ihr sagt, nach Hause zu kommen. Und weißt du, ich bete tatsächlich solche Gebete, denn ich erwarte, dass der Herr mein Gebet hört. Und ich weiß auch, wir haben nicht, weil wir nicht bitten. Ich weiß, dass das wahr ist. Weil die Schrift es ist, die es sagt. Amen. Und dann ist sie gar nicht nach Hause gekommen in der Nacht. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht. Und ich habe gesagt, Herr, das ist nicht richtig. Ich habe nicht versucht, hier ohne Ehre ihm gegenüber aufzutreten. Ich wollte nur ehrlich sein und offen für ihn. Und ich habe gesagt, Herr, du hättest einen Engel senden sollen, um ihr zu sagen, dass sie nach Hause kommt. Und dann sprach er zu mir und zwar ganz deutlich. Er sagt, ich habe einen Engel geschickt, aber sie hat nicht zugehört. Ich sagte, oh. Okay. Aha. Ein paar Stunden später kam sie dann nach Hause. Und sie sagte, Papa, es tut mir so leid. Ich war bei meiner Freundin Christi. Und wir haben zusammen Fernsehen geschaut. Und dann bin ich im Sessel eingeschlafen. Und sie erzählte die Wahrheit. Und sie sagte, es tut mir leid. Aber sie sagte, aber dann ist so etwas Merkwürdiges geschehen. Sie sagte, während ich so einschlummerte, plötzlich spürte ich, dass da einer an mir rumschüttelte. Und eine Stimme sagte, es ist Zeit, nach Hause zu kommen. Und sie sagte, ich habe durch die Gegend geguckt. Aber da war keiner außer Christi und die schlief. Also habe ich die Augen wieder geschlossen. Und wieder hat da einer geschüttelt und hat gesagt, es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Und sie guckte wieder umher. Hat noch immer keinen gesehen. Also hat sie einfach die Augen wieder zugemacht und hat wieder geschlafen. Ich sagte, das war ein Engel. Wieso hast du nicht zugehört und hast gehorcht? Sie sagte, keine Ahnung. Und weißt du, das ist ja nun keine ernste Situation. Ihr ging es gut. Alles war in Ordnung. Das war kein richtig ernstes Problem. Aber wir müssen an einem Punkt sein, wo wir Gottes Stimme hören können und ihr dann auch noch folgen können. An vielen Orten in unserer Welt müssen die Leute sagen, Herr, welche Straße sollte ich heute gehen oder fahren? Denn wenn sie die falsche Straße wählen, kann es schlimm enden für sie. Und auch wenn das jetzt vielleicht nicht unsere Situation ist, wir wissen es aber nicht. Wenn du eine Stimme hörst, die zu dir sagt, also da, wo du jetzt bist, ich brauche es, dass du jetzt hier weg gehst, dass du nach Hause gehst, dann müssen wir wissen, ob da Gott redet. Aus welchem Grund auch immer. Und dann müssen wir lernen, seiner Stimme zu folgen. Und dann müssen wir auch noch wissen, es ist nicht unnormal, wenn ein Engel kommt und dir etwas sagt. Es ist nicht unnormal, dass du Gottes Stimme hörst, die dir eine Anweisung geben. Es ist nicht unnormal, dass dir eine Bibelstelle förmlich entgegenspringst, wenn du da die Seite runter liest. Das ist alles Teil von dem, wer wir sind. Und Paulus sprach mal mit einigen Gläubigen, die kamen nicht miteinander klar. Und er sagte, warum benehmt ihr euch wie normale Menschen? Wir sind keine normalen, natürlichen Menschen. Oder? Wir sind nicht normal. Wir sind besonders. Das ist, was die Bibel sagt. Einige von uns sind etwas besonderer als andere. Aber das ist okay. Geht aber klar. Mit dem Himmel in Partnerschaft zu treten, kann für uns das normale Leben sein. Und das ist, was der Herr mir zeigt. Und zwar jeden Tag. Zeigt er etwas. Und jeden Tag redet der Herr zu uns. Bist du bereit? Bist du willig? Bist du wach? Und ich habe sonst Zeit im Gebet verbracht. Und dann habe ich auf den Herrn gewartet. Dann habe ich in aller Stille auf den Herrn gewartet. Und das ist wirklich komisch. Denn es kam dann ein Punkt, wo meine geistlichen Augen sich öffneten. Und dann habe ich Engel gesehen und zwar ganz dicht vor mir. Und die schauten, blickten hinein in meine Augen. Und mein Eindruck war wirklich der, dass die zueinander sagten, ist der schon wach? So wie, wach auf! Hallo! Wach doch auf! Wach auf und tritt hinein in dieses Leben! Und beim ersten Mal, als mir das geschah, der Engel, der mich anschaute, der ging dann einen Schritt zurück, dann hat er gelächelt und dann ist er verschwunden. Aber es hat mir auch wirklich etwas gezeigt. Der Himmel wartet darauf, dass wir mitmachen. Der Herr wartet. Machst du da mit? Gehst du da rein oder nicht? Wollen wir nur gute Leute sein? Go to church on Sunday? Sonntags in die Kirche laufen? Read a chapter in the Bible before bed? Und dann abends vorm Schlafen gehen noch schnell ein Kapitel aus der Bibel lesen? Aber nicht notwendigerweise die ganze Welt verwandeln? Ja, das können wir schon machen. Aber für mich ist das keine Wahlmöglichkeit mehr. Für dich auch nicht. Sollte es auch nicht sein. Weil du kannst ehrlich so sein, wie einer von den Bibelhelden. Weißt du, dass die Bibel sagt, dass viele mächtige Taten geschahen durch die Hände des Paulus. Weshalb also nicht von den Händen von Karl oder Thomas oder irgendeinem anderen von uns hier? Gott ist keiner, der einen den anderen bevorzieht. Es ist ein Entschluss. Was ist uns wichtig? Und bist du willig, da reinzugehen? Ein paar von den allerseltsamsten Dingen sind geschehen. Aber es ist nur deshalb seltsam, weil wir nicht daran gewöhnt sind. Als der Herr wirklich anfing, mir Dinge zu zeigen. Denn wenn du beginnst, Dinge zu sehen, in geistlicher Dimension, kannst du entweder dich zurückziehen und sagen, das ist alles viel zu komisch. Denn wenn du die Bibel liest, liest irgendeiner von euch in der Bibel? Okay. All right. Tja. You hear angels always saying, don't be afraid. Jedes Mal liest du da, dass ein Engel sagt, fürchte dich nicht. Don't be afraid. Fürchte dich nicht. Why do they say that? Wieso sagen die denn sowas? Because it's not normal to us. Weil es uns nicht normal gegenüber ist. Wir kennen das noch nicht so. Es sollte aber normal für uns werden. Der Engel sollte nicht jedes Mal sagen müssen, fürchte dich nicht. Und ich weiß das gut, weil ich bin selbst durch den Prozess durch. Jeden Tag habe ich dann so ein Gebet über mein Zuhause gebetet. Und während ich hier meine Story erzähle, möchte ich gern, dass du bemerkst dabei, dass ich dir kleine Schlüssel hier auch mitgebe, falls du sie denn willst. Falls du die Schlüsselchen willst. Ich habe also über mein Zuhause gebetet. Jeden Tag. Herr, lass deine Engel meinem Haus dienen. Und zwar in offener Weise. Lass sie ihre Gegenwart und ihre Kraft ganz offen zeigen, um deinen Willen zu tun. Denn hier geht es ja nicht um unser Entertainment, unsere Unterhaltung, sondern um deinen Willen zu tun. Das ist, was ich so gebetet habe. Und nachdem ich das eine ganze Zeit gebetet hatte, habe ich plötzlich gespürt, wie zum Beispiel eine starke Gegenwart in den Raum betreten hat. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, spürst du das? Das ist aber merkwürdig. Das ist aber seltsam. Das ist so, als ob es da irgendwie Elektrizität ist. Was ist das? Und dann habe ich gesagt, ich widerstehe dir in Jesu Namen. Verschwinde aus unserem Haus. Ah, jetzt geht es uns wieder gut. Und am nächsten Tag habe ich dann gebeten, Herr, lass deine Engel bei uns im Haus dienen. Und dann spüre ich so eine Kraft gegenwart in unser Haus kommen. Und ich widerstehe dem. Hau ab in Jesu Namen. Und das ist irre, oder? Und schließlich dann, nach zehn, vielleicht elf Tagen, ich habe das immer gemacht. Ich habe gesagt, ich widerstehe dir in Jesu Namen. Dann aber sprach ein Engel zu mir. Er sagte, Mike, du musst dich mal entscheiden. Willst du, dass wir unsere Gegenwart zeigen, oder eben nicht? Und dann habe ich gesagt, meine Güte, was habe ich nur getan? Aber es hatte sich sowas von unnormal angefühlt. Und es ist auch nicht normal, bis es wirklich normal geworden ist. Möchtest du, dass das normales Leben wird? Würdest du überhaupt so ein Gebet beten für dein Zuhause? Würdest du ein Gebet beten, dass die Engel jeden Tag deine Kinder umgeben? Es fühlt sich nicht normal an, weil wir uns nicht daran gewöhnt haben. Und du spürst diese Gegenwart in der Anbetungszeit. Das ist ein schöner, sicherer Ort. In der Anbetungszeit, da spürst du Gottes heilige Gegenwart. Und das ist eine spannungsgeladene Luft, so stark fühlt es sich an. Ja, Herr. Wir wissen, Herr, dass du das bist. Herzlichen Dank. Aber wenn du bei dir zu Hause stehst und spürst ab, und dann hast du so eine Gegenwart da, dann denkst du, Hilfe, was ist das denn? Ich steue dir in Jesu Namen. Aber nein, das ist der Herr. hört sich eventuell etwas witzig an. Aber die Realität ist, wir haben diese Art Lebenswandel nicht für uns ergriffen. Und darum fühlt sich das alles nicht normal an. Aber wenn du akzeptierst, alles, was der Himmel für dich auf Lager hat, dann werden diese Dinge zum normalen Leben werden. Und Engel werden auftauchen und deine Kinder in offener Weise schützen. Die verstecken sich ja gar nicht vor uns. Nirgendwo hier drin in der Bibel heiß ist, dass es unnormal ist, wenn Engel ihre Gegenwart in deinem Leben zeigen. Viele Christen kommen zu solch einer Theologie und ziehen dir aus ihrer Erfahrung. Ich habe das noch nie erlebt, also kann es ja wohl nicht von Gott sein. Keiner, den ich kenne, hat sowas erleben, also kann es auch nicht wahr sein. Aber das ist nicht der richtige Test, mit dem du entscheiden kannst, ob etwas von Gott stammt. Wo schaust du hin? Wir gucken auf die Frucht. Man erkennt einen Baum an seiner Frucht. Man testet etwas an dem Wort. und dann gestattest du dem Heiligen Geist dir eine Bestätigung zu geben. Und dann fängst du an, all diese Dinge für dich zu holen. Und wie fängt es jetzt an, dass das geschieht? Nun, wir haben nicht, weil wir nicht bitten. Ich hatte erwähnt, dass es gut ist, den Herrn zu bitten, dass er seine Engel sendet, dass diese ihre Gegenwart offenbart. Und wir müssen lernen, Gottes Stimme zu hören und der zu folgen. Und dann auch in Träumen. Schau doch mal auf die Art und Weise, wie Gott zu den Propheten und den Leuten überhaupt in der Bibel gesprochen hat. Oftmals war es in Trancen, in Visionen und in Träumen. Richtig? Wie viel Glaubwürdigkeit haben Träume für dich? Ich lerne das noch. Ich lerne das noch, aber meine Frau, die geht da so richtig an die Sache, was Träume betrifft. Und mir geht es dann so, dass ich weiß, Gott spricht zu uns in Träumen. Und das ist vielleicht erst ein Monat her. Da kam meine Frau zu mir und sie sagte, gestern Abend habe ich geträumt. Und die Freunde, die wir eingeladen hatten, zum Abendessen zu kommen, die haben ein Problem mit der Arbeit, da müssen die hin und können nicht kommen. Also werden die anrufen und werden dann sagen, wir können nicht rüberkommen. Oder wenn sie rüberkommen, dann höchstens für eine Stunde. Da habe ich gesagt, wo hast du das her? Und dann hat sie mir ihren Traum erzählt. Und ich hatte ja sowas von keine Ahnung, wie sie daraus die Erklärung gezogen hat, dafür. Aber es natürlich redet Gott heraus aus der Beziehung, die wir mit ihm pflegen. Und natürlich haben die dann später am Tag noch angerufen und es war, wie sie gesagt hatte. Ist das jetzt unnormal oder ist das normal? So ist es mit den Leuten im Wort andauernd passiert. Die haben Entscheidungen getroffen anhand der Träume, wo sie denn jetzt hingehen sollten oder eben wo nicht. Und das sollte für uns normales Leben sein. Das zu nehmen und der Stimme Gottes zu folgen. und der Herr sagt dir zum Beispiel etwas in einem Traum. Und dann sagst du, dieser Traum ist sowas von durchgeknallt. Das kann niemals eine Anweisung von Gott sein. Kennt das einer? So hatte ich mal eines Nachts einen Traum und in dem Traum sagte mir ein Prophet, Mike, nimm mal zwei Fünf-Dollar-Scheine, tu die in dein Portemonnaie und dann triffst du einen Missionar aus Kuba einer Frau und der gibst du die zweimal Fünf-Dollar. Und ich habe gedacht, ich glaube, ich habe viel zu viel Pizza gegessen. Denn das war sowas von überzogen. Meine Eltern, die waren Missionare. und ich war bis dahin Missionaren aus der ganzen Welt begegnet. Aber aus Kuba, da habe ich noch nicht mal einmal einen Missionar oder eine Missionarin kennengelernt. Also habe ich das nicht gemacht. Ich habe einfach gesagt, das war nur ein Schwachsinns-Traum, weg damit. Drei Tage später haben unsere Kinder haben uns nach Mexiko auf eine Reise geschickt. Und zwar nicht, um uns loszuwerden, sondern damit wir den Urlaub genießen könnten. Und was denkst du, wem bin ich begegnet? Einer Missionarin aus Kuba. Und weißt du was, ich hatte keine zwei Fünf-Dollar-Scheine dabei. Und dann sagst du, ja, aber wieso würde Gott denn überhaupt so eine Sache anschieben? Keine Ahnung, aber wenn ich seine Anweisung gefolgt wäre, hätte er es mir vielleicht gesagt. Weil ich bin nicht in der Position, die Weisheit des Herrn zu hinterfragen, sondern vielmehr in der ihr zu gehorchen. Und daher ist es nötig, dass wir Glaubwürdigkeit dem schenken, was der Herr uns aufträgt, zu tun. Gehorsam ist so ein dicker Schlüssel, um ganz natürlich im Übernatürlichen zu gehen. Wenn wir keinen einfachen Anweisungen folgen können, wie etwa, steck mal zwei Fünf-Euro-Scheine in dein Portemonnaie. Wie soll Gott dich dann gebrauchen für spektakuläre Sachen? Das ist wahr. Eines Abends habe ich gebetet und der Herr redete sehr deutlich. Er sagte, ich bitte dich in Fürbitte zu gehen für diese Frau. Er sagte, nimm zwei Stunden und bete für sie. Sagte ich, okay Herr, das mache ich. Aber dann nach 20 Minuten bin ich so müde geworden. Ich sagte, Herr, ich bin so müde. Ich habe gesagt, kannst du dir einen anderen suchen? und dann bin ich ins Bett gekrabbelt. gekrochen ist er. Da war keine Energie mehr, um ins Bett zu springen. Und dann etwa eine Stunde später klingelt das Telefon und es geht um genau die Frau. Sie muss ins Krankenhaus und rate, was passiert ist. Ich habe die ganze Nacht zugebracht am Krankenhaus, weil ich der Anweisung des Herrn nicht gefolgt war. Hätte ich zwei Stunden fürbitte gemacht, wie Gott gesagt hätte, glaube ich, wäre die ganze Sache überhaupt so nicht passiert. Aber ich habe nicht gehorcht. Sei nicht so wie Mike. Gehorche Gott. Das wäre mein Rat. Es ist wichtig, in dieser Stunde nicht gleichgültig zu sein in Bezug auf Gottes Dinge. Unsere Beziehung mit dem Herrn müssen wir ernst nehmen. Unsere Verantwortung müssen wir ernst nehmen. Und ich muss eine Frage stellen. Wie viel Zeit habe ich eigentlich? Until midnight. Ja, das ist gut zu wissen. Er ist schon auf der Gemeinde gewesen, aber er ging einmal in eine Gemeinde. Und die wollten so gern, dass ich predigen würde oder sprechen über dieses Hineingehen in die geistlichen Dinge. Und dann habe ich den Pastor gefragt, wie lange soll ich denn reden? Sagt er, ich habe doch keine Ahnung. 30 Minuten, vielleicht sogar 35. Und dann habe ich gedacht, ich kriege nicht mal meine Einführung zu Ende in 30 Minuten. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich da erzählt habe. Hoffentlich hat es der Heilige Geist gebrauchen können. Wir müssen wirklich lernen, der Stimme Gottes zu gehorchen. Und es ist wichtig, nicht gleichgültig zu sein. Wir müssen lernen, zu beten. Ich hatte von dem erzählt, der gefragt hatte, will Gott wirklich, dass wir so viel Zeit verschwinden? Gebet ist eine solch bedeutende Angelegenheit. Wir brauchen fortwährende Kommunikation mit Gott. Wir müssen in enger Gemeinschaft mit Gott stehen. Wir brauchen ein beständiges, anbetendes Herz vor dem Herrn. Wenn wir in den übernatürlichen Dingen Gottes gehen wollen, dass diese natürlich für uns werden, geschieht das nicht durch Zufall. Nicht so wie, du führst dein normales Leben. Und jetzt erreichen wir auf einmal das Übernatürliche. Das wird so niemals geschehen. Wir müssen hinein, treten und da drinnen bleiben. Es ist nicht so, dass wir uns jetzt etwas Zeit nehmen, um dann im Übernatürlichen zu leben. Sondern wir gehen da hinein und kein Schritt geht zurück. Wenn du also in beiden Bereichen unterwegs sein willst, ist das die Entscheidung, die du dafür zu treffen hast. Und der Herr lehrte mich auch über die Bedeutung von Fürbitte und auch darüber, sehr konzentrierte Zeit im Gebet zu verbringen. Denn jeder von uns kennt Menschen, die Wunder brauchen, oder? Und du bist einer von denen, die Wunder mitbringen, überall wo sie hingehen. Denn wir tragen den Herrn überall dorthin, wo wir hingehen. Und der Herr hat mir also gezeigt, es ist sowas von wichtig zu beten. Und wenn du einer Situation gegenüber trittst, wirst du geführt vom Heiligen Geist, aber dann bete auch ausgiebig über die Situation, so wie der Herr es dir gibt. In der Gemeinde, in der ich groß wurde, waren die Gebete immer kurz. und die waren so kurz, dass man sich schon fragt, ob Gott überhaupt Zeit hat, sich Gebete anzuhören. So wie, da ist einer krank. Herr, bitte heile so und so. In Jesu Namen, Amen. Und ich versuche nicht zu sagen, dass Gott auf solch ein Gebet nicht antworten kann, weil er barmherzig ist. Aber es gibt einen Grund, weshalb der Herr uns aufträgt, Zeit im Gebet zuzubringen. Es gibt einen Grund, weshalb Jesus Zeit im Gebet zubrachten. Jesus hat die ganze Nacht in Gebetswehen gelegen. Du lest, wie er nach den Berg ging, um zu beten. Das ist ein schönes Wort. Ich war so glücklich, was ich gesagt habe. Ich habe dich nicht gehört. Amen, Amen. Good job. Jesus ist also losgegangen auf den Berg und hat dann gebetet. Und wenn er dann mit seinen Jüngern darüber sprach, dass er dann, als er sagte, konntet ihr nicht eine Stunde mit mir wachen und warten? Können wir nicht wenigstens eine Stunde beten? Insbesondere, wenn es noch etwas Wichtiges ist? Der Herr hat es gezeigt, es ist ganz wichtig, dass wir Zeit im Gebet zubringen. Echte Zeit. uns ist Autorität übergeben, die müssen wir einsetzen durch die Worte, die wir sprechen. Wenn du sehen willst, dass Dinge sich ändern, sprich also Worte in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes und dann verkünde, das geschieht. dann sagst du, ach, das ist doch nur Stolz. Wer bist du, dass du etwas verkünden kannst, erlassen kannst, dass es dann geschieht? Wenn du Leute hörst, die sowas sagen, weißt du gleich, die haben die Schrift nicht wirklich gelesen. Oder? Sagt die Bibel nicht, verkünde eine Sache, auf das sie geschieht? Wackelt im Deutschen. Also, wer bist du? Ich kann es dir sagen, wer du bist. Wer bist du, dass du eine Sache verkünden kannst? Es gibt eine Bibelstelle, die sagt, so wie er ist, sind wir in dieser Welt. Oh, große Güte. Das ist fast Lästerung. Nein, das ist Bibel, das steht da drin. Jesus sagte, ihr werdet größere Sachen tun, weil ich zum Vater gehe. Ist das jetzt wahr oder nein? Also müssen wir lernen, Dinge zu verkünden, zu erklären und Zeit im Gebet zu wenden. Und ich kann dir sagen, der Herr hat nach meiner eigenen Befreiung mir das beigebracht. Der Herr hat nämlich mein Leben gerettet. Er hat mich befreit von bösen Geistern. Und er hat mich dann unterrichtet über solche Dinge. Und er zeigte mir, wir haben Autorität. Und wir können Situationen verändern bei Menschen durch die Worte, die wir sprechen. Die Frage ist, ob wir bereit sind, das zu tun. Und so habe ich dann gebetet. Und ich wusste, ob jemand ein Problem hat. Und dann wusste ich, da ist jemand, der hat ein Problem mit sexueller Lust. Und dann habe ich für diese Person Fürbitte getan. Und ich habe Stunden im Gebet zugebracht. Für diese eine Sache nur. Dann mag man sagen, wie betest du eine Stunde lang für dieselbe Sache? Ich habe beständig einfach das Wort fortwährend verkündet über diese Person. Ich habe Zerstörung ausgesprochen über dem Werk des Feindes in dem Leben dieser Person. Und das wieder und wieder. Ich habe nicht die Gebete da gebetet, mit denen ich groß geworden bin. Er setze ihn frei in Jesu Namen. Und was gibt es jetzt im Fernsehen? Nein, so war ich nicht drauf. Ich wollte Wunder erleben. Und der Herr hat mir gezeigt, durch mein eigenes Leben, dass er Menschen retten wird. Und so habe ich gebetet. Und häufig zeigten sich böse Geister. Und die sahen immer sehr wütend aus mir gegenüber. Und dann habe ich sehr wütend zurückgeschaut. Und dann habe ich gebetet im Geist. Denn Gott hat uns keinen Geist der Angst gegeben. Und wir müssen wirklich all das nehmen, greifen, was das Wort sagt. Darüber, wer wir sind, was wir tun können. Und dann loslaufen. Amen. Es ist also nötig, dass wir Menschen des Gebetes sind. Willst du Wunder sehen? Bete, bis das Wunder da ist. Jetzt hat mir neulich einer gesagt, nein, wir sollten nicht weiter beten, denn das zeigt, dass du Angst noch hast oder eben nicht im Glauben stehst. Nein, ich bete, weil ich im Glauben stehe. Ich verkünde etwas, weil ich weiß, meine Worte tragen Macht. Nicht, weil ich denke, dass etwa nichts geschieht, sondern weil ich weiß, jedes Mal geschieht etwas. Jedes Mal, wenn du etwas betest, jedes Mal, wenn du in Übereinstimmung mit dem Wort sprichst, verändert sich etwas im geistlichen Raum. Selbst wenn du im natürlichen Bereich die Manifestation davon noch nicht siehst, sagen wir mal, du betest für jemanden und offensichtlich ist der Mensch noch nicht geheilt. Aber während du betest, verändern sich die Dinge im geistlichen Bereich gerade. und so häufig fängt sich etwas an zu verändern, aber wir sehen nicht die volle Antwort. Und dann denken wir, na, wahrscheinlich hat der da nicht genug Glauben gehabt, weil es ist ja immer der andere, der den Fehler hat, nicht du. Ich habe großen Glauben, das muss der andere sein. Ja, aber Dinge ändern sich, selbst wenn du es nicht so sehen kannst und wahrnimmst. Woher weiß ich das denn? Ja, weil der Herr mir eine Lektion verpasst hat. Ich habe eines Nachts gebetet und da erschien diese böse Geist bei mir im Schlafzimmer. Und dann habe ich gedacht, wie in aller Welt ist dieses Ding bei mir zu Hause reingekommen? Ich liebe den Herrn. Ich diene dem Herrn. Und trotzdem kann dieses Teil in mein Haus kommen? Und dann habe ich angefangen, dem zu widerstehen. Und habe ihm in jedweder mir bekannten Weise widerstanden. Und der stand da und starrte mich. Ohne jeden Gesichtsausdruck. und nach etwa zwanzig Minuten ist er abgehauen. Da habe ich gesagt, Herr, was war denn da bloß los? Ich sitze in Autorität an himmlischen Orten. Wie kann denn sowas passieren? Und der Herr sagte, der Feind will, dass du glaubst, dass deine Gebete ohne Effekt sind. Böse Geister lügen, richtig? Die betrügen. Und so hat der Böse Geist vorgetäuscht, dass meine Worte keine Macht und Auswirkungen hätten. Denn die meisten von denen wissen, der Großteil der Christen gibt auf. Etwa wie, der ist noch nicht geheilt. Dann höre ich halt auf. Weil es nicht danach aussieht, als ob sich etwas tut. Und der Herr hat mir erlaubt, das im geistlichen Bereich zu sehen. Das sieht so aus, als ob da nichts geschieht. Also dann höre ich halt auf. Und der Feind geht so vor bei Heilung, aber auch bei jeder anderen Sache. Weil er gerne will, dass wir entmutigt werden. Aber der Herr hat gesagt, jedes Mal, wenn wir sein Wort gebrauchen und verkünden, kehrt es nicht leer zurück. Glaubst du das? Und dann wollen wir sehen, dass Dinge sich ändern, nicht wahr? Und dann denkt man, wieso dauert das so lange? Warum musst du zwei Stunden für jemanden beten? Wenn wir in Autorität sitzen, sollten wir das nicht nur noch Sagen brauchen? Ja, dafür gibt es auch einen Platz. Jesus hat sehr viel Zeit im Gebet zugebracht, oder? Weshalb hat er das denn getan? Er ist unser Vorbild. Und mir ist etwas aufgefallen? Sagen wir mal, du betest für jemanden, der echt übel Kopfschmerzen hat. Hast du vielleicht schon mal für jemanden gebetet? Und nach einer Weile fühlt es sich so an, als ob eine Last von dir weicht. Und du denkst, ha, jetzt hat sich was getan. Und der Herr sagt, ja, das war's. Ich warte mal, dass irgendeiner hier nickt, das ist sehr freundlich. Und das geschieht häufig, wenn du beginnst damit, Situationen anzusprechen. Du betest also für jemanden, der Probleme hat mit wiederkehrenden Kopfschmerzen. Und beim ersten Mal, wo du betest, betest du zwei Stunden lang. Und dann rufst du an und sagst, wie geht's jetzt dem Kopfschmerz? Oh ja, jetzt fühlt es sich tatsächlich plötzlich besser an. Amen und danke Jesus. Beim nächsten Mal, wo du demselben Problem begegnest, betest du eine Stunde und dann denkst du, ha, die Last ist jetzt weg. Wie geht's dem Kopfschmerz? Oh ja, geht besser. Oh ja, geht besser. Ja. Und dann beim nächsten Mal, betest du vielleicht 20 Minuten. Vielleicht betest du beim nächsten Mal sogar nur fünf Minuten. und dann sagst du nur noch, Kopfschmerz verschwinde in Jesu Namen. Beim nächsten Mal gehst du nur noch in den Raum und der Kopfschmerz geht gleich. Wieso ist das denn so? Weshalb ist das so? Denn selbst wenn du noch nicht in diesem gesalbten Bereich unterwegs bist, kannst du dennoch in Autorität unterwegs sein. Wenn du in genug Autorität gehst oder besser gesagt, wenn du oft genug in Autorität dich bewegst und zwar nicht nur in äußerst außergewöhnlichen Umständen, sondern in deinem alltäglichen leben, wenn du da seine Autorität gebrauchst und dann geschieht eine Zunahme und recht bald darauf wirst du eine Salbung haben, um gegen Kopfschmerzen zu bewegen, weil du dem entgegengetreten bist und der Herr hat dir Sieg geschenkt darüber, Siege und dann sehr bald darauf, einfach weil du Gottes Gegenwart trägst, tauchst du nur irgendwo auf und schon hauen alle Kopfschmerzen ab. Das ist die Realität. So geschieht das. Kennt ihr das? Habt ihr das im eigenen Leben schon erlebt? Dankeschön. 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 Aber wir müssen willig sein. Wir müssen willig sein, in beiden Bereichen zu gehen. und dazu gibt es einen Preis, der gezahlt werden muss. Das ist jetzt eine nächste Formulierung, die einigen Menschen Probleme bereitet. Jesus hat den Preis schon bezahlt. Ja, das weiß ich auch. Aber es bleibt dabei, dass du dich als willig erzeigen musst. Du musst dich dem Herrn zur Verfügung stellen. Dem Geist Gottes hingehen. Der Preis ist, dass du deine Zeit hin gibst. Oder du übergibst ihm deinen Willen. Die Schwerstarbeit, die schwere Arbeit, die hat er schon getan. Der Preis auf unserer Seite ist, wir haben die Entscheidung zu treffen. Wir dürfen also nicht in Gleichgültigkeit über diese Dinge verharren. Es muss uns einfach wichtig sein. Was meine Kinder betraf, die Sachen waren immer wichtig für mich. Wer von euch ist willig, für die eigenen Kinder zu beten, solange bis ihr das Wunder habt? Da würde ich sagen, die meisten beten. Hoffentlich alle. Aber wenn dir dann klar wird, du darfst einfach nicht gleichgültig sein, wieso spreche ich hierüber? Weil der Herr mir das beibringen musste. Denn man will in den übernatürlichen Dingen Gottes gehen, dann braucht es dazu einen täglichen Wandel, dass man immer so drauf ist und weitermacht. Und wenn dann irgendwo was anfängt, krumm zu laufen, dann ist nicht deine sofortige Reaktion, jetzt das irgendwie wieder zu wissen, warum es so ist, sondern deine erste Entscheidung ist immer die, nimm die Sache und bring sie zum Herrn. und der Herr hat mich dahin geführt, dass ich jeden Tag über meine Familie gebetet habe, eine Stunde am Tag, immer morgens, da habe ich nur für die Familie gebetet. Ich bete auch für andere Leute, aber da setze ich so den Kurs für den Tageslauf und darüber werde ich noch sprechen. Aber was macht das dann? Das gibt eine Schutzdecke auf deine eigene Familie und schafft eine Möglichkeit, dass Wunder geschehen können. Dann sagen wir mal, du bist auf der Suche nach Gott, also du eiferst über seine Familie. Aber dann passieren all diese verrückten, blöden Sachen in deiner Familie. Das ist so wie, ja, ich will da hingehen zu den Veranstaltungen, will mir das alles anhören, was die zu sagen haben. Ich will zu meinen Freunden sprechen über den Herrn. Aber da sind so viele Herausforderungen bei mir in der Familie, wo ich mich mit auseinandersetzen muss. Und dann kann der Feind uns gebunden halten durch solche Sachen. und darum müssen wir sorgsam darin sein, weiter Familien zu beten. Violently, powerfully. Oh, violently. Mit Schmackes, also mit Gewalt. Yes, mit Schmackes. Ja, you like that one, right? I like that. Ramboschka. Und ich erzähle dir das deshalb, weil der Herr nämlich will, dass du diese Wunder hast. Das Wort ist wie ein Hammer. Die Worte, die du sprichst, sind stark. Du willst in den Wundern gehen? Also sprichst du diese Worte, bis jedes Knie sich beugt vor dem Namen Jesus Christus. Jedes Knie muss sich beugen. Ob es Krankheit ist oder irgendein Gebrechen, Depression, emotionale Probleme, jedes Knie muss sich beugen. Das ist eine Verheißung an uns, es ist ein Schlüssel. Und der Herr hat mich dies gelehrt. Manchmal vergesse ich das noch. Wie vergisst man denn sowas? Ja, du wirst auf einmal beschäftigt. Du machst den ganzen Tag über irgendwelche Sachen. Alles läuft in deinem Leben ganz gut. Und manchmal sind wir sogar noch einverstanden mit kleinen Problemen zu leben. Ah, so schlimm ist das doch nicht. So doll tut es gar nicht weh. Ja, mit dem Schmerz kann ich leben. Ich will da natürlich nicht mit leben, aber ich mache nichts dagegen. Ich wende da keine Zeit drauf. Ich selber hatte sechs Monate lang Schmerzen im Ellbogen. Jedes Mal, wenn ich den bewegt habe, hat es weh getan. Und ich habe so gedacht, ich weiß nicht, was da los ist. Aber gut, dann hebe ich halt nichts Schweres und am Schluss geht es mir wieder gut. Eines Tages hat der Herr meine geistlichen Augen geöffnet, damit ich versehen konnte. Und so komisch es sich auch anhören mag, ich blickte zu meinem Ellbogen und da hing sowas wie eine kleine Eidechse an meinem Ellbogen. Und ich habe gedacht, das ist merkwürdig. Also habe ich da mal hingefasst, die Eidechse gefasst und bam! Und was glaubst du, es ist passiert? Keine Ellbogenschmerzen mehr. Aber weißt du, ich war bereit gewesen, mit dem Schmerz zu leben. Das ist ja gar nicht so schlimm. Wir nehmen viel zu viel hin. Der Feind infiltriert Stück um Stück. Und wir akzeptieren es. Das tun wir so. Irgendwas läuft auf der Arbeit daneben. Ach, die hatten nur einen schlechten Tag. Nein! Heb du sie hoch vor den Herrn. Der Boss sagt dir, er kürzt dein Gehalt und dann wirst du gleich ärgerlich darüber. Ich arbeite doch schwer, was ist denn bloß los? Völlig falsch. Sondern nimm die Sache, bring sie zu dem Herrn. Einige Freunde denken, ich springe schon wieder auf dem Schiff runter. Also ich gehe zu weit. Ja, ich gehe einfach viel zu weit. Einer, der normalen, klaren Verstand hat, bietet so viel wie du. Ja, mir doch egal. Der Herr zeigt mir, wir können in den Wundern laufen. Manchmal brauchen wir so eine kleine Eingewöhnungsphase dafür, dass wir es so ein bisschen greifen und haben. Und das ist schon in Ordnung. Der Preis ist dann nicht so hoch. Das geht schon. Und es ist ja nicht so, dass du Gott nur deshalb suchst, damit du dann all diese Dinge dann am Schluss auch noch haben kannst, die du eigentlich auswolltest. Nein, wir haben große Freude daran, im Gebet zu sein, weil wir Gott lieben. Und wir lieben seine Gemeinschaft. Eines Tages kamen meine Frau und meine Tochter nicht gut miteinander zurecht. Eigentlich war es sogar so, jedes Mal, wenn sie shoppen gegangen sind, kamen sie nicht miteinander klar. Meine Frau wollte gerne Zeit mit meiner Tochter verbringen. Aber vielleicht nach 20 Minuten im Laden haben sie auf einmal einen kleinen Streit. Und dann fahren sie nach Hause. Und meine Frau wollte wirklich gerne eine engere Beziehung zu meiner Tochter haben. Und dann hat sie mich eines Tages angerufen. Und sie sagte, hey, wir sind hier im Geschäft und wir kommen nicht miteinander klar. Wir kommen jetzt nach Hause. Und ich habe gedacht, ah, ah, da ist was nicht richtig. Also bin ich in den Keller gegangen. Und dann habe ich angefangen, über meine Familie das Wort zu verkünden. Ich habe erklärt, dieser Geist der Trennung, der ist gebunden. Und habe verkündet, die Pläne Gottes, die geschehen. Und ich habe das verkündet und erklärt und verkündet. Bin durch den Keller geschlurft, hin und her. Und das habe ich zwei Stunden lang gemacht. Wieso erzähle ich das? Wer, der noch alle Schrauben beieinander hat, würde wirklich zwei Stunden beten, nur weil Frau und Tochter nicht miteinander einkaufen gehen können. Mike, das ist nicht mehr normal. Ich wusste, dass da etwas unterwegs war. Der Feind hat versucht, einen kleinen Fuß reinzukriegen bei uns in der Familie. Es ging gar nicht ums Shoppen. Es ging nur darum, dass der Feind versuchen wollte, alle unsere Beziehungen zu ruinieren. und der Herr hat mir dann etwas darin gezeigt. Erstens nämlich, wir besitzen Autorität. Dass, wenn du was verkündest, dann beugt die Sache die Knie vor dem Namen Jesu Christi. Der Feind muss auf die Knie vor dem Namen Jesu. Da gibt es keinen Zweifel dran. Jedes Knie muss sich beugen. Der Herr hat uns gesetzt an himmlische Orte und zwar in Autorität. Daher kannst du das aussprechen, was du erleben musst, was stattfinden soll in deinem Leben. Und wenn du einer von denen sein möchtest, die im übernatürlichen leben, dann musst du das für deine Familie machen. Das hat Wichtigkeit. Und meine Frau kam dann nach Hause. Vielleicht etwa zwei Stunden, nachdem ich dann fertig war. Da habe ich gesagt, na, was ist passiert? Weil die kamen nach Hause und lachten und wussten auch Witze. Ich habe gesagt, hey, was geht bei euch? Sie sagte, ich habe keine Ahnung, auf einmal kamen wir miteinander klar und wir hatten eine supi Zeit. Und das ist die Macht des Herrn Jesus Christus. Und sorgfältig sollen wir herangehen an jede kleine und geringe Sache. Nicht ängstlich, sondern bewusst wahrnehmend, dass der Feind keinen Raum gewinnt. Das ist wichtig. Stimmt ihr da mit mir überein? die Lektion hätte ich mir selber predigen sollen. Denn ich war wieder mal zu beschäftigt gewesen. Ich habe Projekte gearbeitet. Ich hatte noch Sachen am Haus zu tun. Ich habe dann den Swimmingpool sauber gemacht und kein anderer hat mir geholfen. Das war mich beschwert gerade. Das war nicht schlau. Wahrscheinlich sollte ich hier nicht jammern während dem Predigen. Ich war beschäftigt und alle kleinen Sachen. Ich habe nicht so wachsam gebetet wie sonst. Ich war abgelenkt durch die ganzen natürlichen Sachen. Und dann hatte ich eines nachts einen Traum. Und in dem bin ich aufgewacht vom Traum. Und ich hörte ein Geräusch unten. Bin die Treppe hinunter gegangen und dann sah ich da, all diese Leute waren da und ich kannte die und die waren überall im Haus. Und die haben Dinge kaputt geworfen, haben Sachen geklaut, haben die Zigaretten am Fußboden ausgedrückt, haben Getränke ausgegossen überall bei mir, bei den Möbeln und das ohne jede Rücksicht oder Respekt vor unserem Zuhause. Und ich habe gedacht, Junge, das ist merkwürdig und nicht richtig. Und dann wandte sich der Traum zu einer Vision. Und plötzlich bin ich dann da und erzähle den Leuten, ihr müsst hier raus. Ihr gehört hier nicht her. Und es wurde alles realer. Ihr müsst hier raus aus meinem Haus. Und ich habe sie nicht bewegen können dahin, dass sie abhauten. Und dann im nächsten Teil meiner Vision meine Familie sitzt im Auto und dann fahren wir los. Und ich sehe auf einmal einen wieder, der vorher im Haus war und der kommt aufs Auto zugelaufen. Und ich habe gesagt, nein, damit bin ich durch. Das nehme ich nicht mehr hin. Also bin ich ausgestiegen und habe angefangen, den zurechtzuweisen. Und ich habe gedacht, das muss irgendein böser Geist sein. Also habe ich ihn zurecht gewiesen. Immer drauf. Und er geht Schritte zurück. Und plötzlich verändert er sich. Und dann war es ein Engel. Und jetzt wandelte sich das von einer Vision hin zu einer Visitation oder Heimsuchung. Und da steht der Engel und er guckt mich an. Und als er mich nur ansieht, kommt die ganze Offenbarung bei mir an. Und der Herr sagte, ich hatte all diese Leute deshalb bei mir zu Haus. Die brachten Uneinigkeit. Und ich war nicht mehr so wachsam im Gebet über meinem Haus. Und als diese Offenbarung einschlug und dann vollständig war, dann streckte der Engel sich aus und klatschte mir einen auf den Kopf. Und plötzlich bin ich wieder im Haus und dann habe ich gesagt, warum in aller Welt hatte mir doch einen auf den Kopf gegeben. Das ist nicht sehr freundlich. Aber dann habe ich was verstanden. Der wollte, dass ich diese Offenbarung nicht wieder verliere. Weil das hat mich sofort da hinaus gebracht. Und ich hatte die Offenbarung noch dabei. Und so wusste ich, der Herr sagt mir, geh wieder zurück auf die Knie. Wieder auf deine Gebetsgänge. Macht das ernst. Denn das ist, wer wir sind. Wir nehmen diese Dinge ernst. Passiert sowas euch überhaupt, dass der Herr euch solche Lektionen geben muss, euch sagt, bete mal mehr? Ich könnte es überhaupt nicht gut haben, wenn ich der Einzige wäre, der diese Lektionen kriegt und dass der Herr etwa so zu ihm redet. Wenn du beginnst, in den übernatürlichen Dingen Gottes zu gehen, gibt es ganz viele, die das, was wir so machen, vergleichen mit New Age Religionen. Die Gemeinde, aus der ich stamme, da ist das insbesondere wahr. Alles, was übernatürlich war, war immer gleich vom Teufel. Und Christen sollten bloß fernbleiben vom Übernatürlichen. Ja, weißt du, ich mache da keinen Chaos, ich mische mich da nicht ein. Ich mache das, was ich angehe, dort sehr ernsthaft. Und nicht nur das. Wir versuchen da nicht in Kontakt zu treten mit irgendetwas, was da draußen ist, sondern vielmehr sind wir das. Wenn es überhaupt irgendwen auf dem Planeten geben sollte, der übernatürlich ist, dann doch der Christ. Seht ihr das auch so? Ich habe festgestellt, viele Leute, die andere Religionen gut finden, Leute in Zauberei, die sind jedes Mal überrascht, wenn auch Gläubige sich im Übernatürlichen bewegen. Ich war mal in einem Café und dann sah ich da drei Hexen am Tisch, aber die saßen da im geistigen Raum, nicht so. Dann bin ich hinüber zu dem Tisch und habe gesagt, hey, wie geht es euch denn? Und dann haben sie mich sehr komisch angeschaut und sagten, du kannst uns sehen? Ich sagte, ja, aber mit Sicherheit. und der Herr sagte mir, sag ihm, dass du wieder kommen wirst. Dann habe ich gesagt, ich komme wieder und dann bin ich weggegangen. Und ich weiß nicht genau, was der Herr da machte, aber es sollte normal sein für uns im Übernatürlichen unterwegs zu sein. Richtig? Das ist nicht etwas Überflüssiges. Das ist wichtig. Gott hat eine Absicht mit diesen Dingen. Ich glaube, ich muss jetzt hier rein. Hast du gewusst, der Herr kann dich bewegen und versetzen wie Enoch oder Philippus? Meine Güte, leg die Steine bitte wieder hin, nicht werfen. Steinigt mich nicht. Nein. 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 Also ich muss euch was erzählen. Wir haben nicht die Zeit, um die Dinge auf Zehenspitzen drumherum zu eiern. Wir haben diese Zeit nicht, dass wir so tun könnten, als würde Gott keine Wunder wirken. Oh, dass es alles so ganz langsam in unser Leben hinein gleitet. Wir müssen jetzt in den Wundern unterwegs sein. Wir müssen zupacken und dann rein damit. Losgehen. Heilung, Befreiung, Tote aufwecken, versetzt werden durch den Geist Gottes, umgang mit Engeln haben, mit denen zusammen zusammen arbeiten. Es ist sehr, sehr schön, was man alles lernen kann. Dass wenn man lernt, auf die Stimme Gottes zu hören, und wenn es dir okay ist, wenn Engel dazukommen, und wenn du dann erst mal aufhörst, damit die von zu Hause weg zu jagen, dann können die in der Tat äußerst gut auch eine Hilfe sein. Und das wird normaler. Dann schläfst du und dann weckt dich ein Engel und sagt, hey, liest die Bibelstelle. Ja, wieso nicht? Oder steh auf und bete. Das sollte normal sein. Das kann normal sein. Und als der Herr begann, meine Augen zu öffnen. Ich hatte erzählt, ich warte auf den Herrn im Gebet. Ich laufe jetzt hier nicht durch den ganz langen Prozess wie sonst. Aber für alle die, die nicht wissen, wie das geht, ich sage euch das kurz, dass wenn du auf Gott wartest, in Stille, und ich sage, warten, nicht singen, tanzen und sowas, beten vielleicht, nein, du wartest, dass er reden wird. Unsere Neigung ist, wir beten, wir sprechen ein Gebet, in Jesu Namen, Amen, und jetzt musst du schon wieder los. Nein, wir müssen warten, und jetzt darf er dann zu uns sprechen. Also, wenn du auf Gott im Gebet wartest, und wartest in Stille, lässt dich nicht ablenken. Das ist der Grund, woraus, wir das so machen. Die Schrift sagt, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. David sagt in den Psalmen, auf dich, Herr, harre ich den ganzen Tag. Wartet er wirklich den ganzen Tag? Oder ist es nur eine Formulierung, die er hier wählt? Ich glaube, jeder von uns, der eine Visitation durch Gott erlebt hat, du wartest den ganzen Tag. Das glaube ich ganz fest. Denn viele meiner Freunde erzählen mir, ich habe keine Ahnung, wie du so viel Zeit im Gebetssessel sitzen kannst. Und ich sage das nicht, damit du jetzt sagen kannst, schau mal Mike, der kriegt das in eine ganze Stunde beten. Deshalb erzähle ich dir das wirklich nicht. Alles, was ich sage, ist, Gott wird auftauchen und er wird dir eine Antwort geben oder dich erhören. Da sein. Du gibst ein wenig Zeit und sagst, ja, Herr, jetzt sprich du zu mir. Lehre mich etwas. Und während ich auf Gott warte, gehen mir die Augen mehr und mehr auf. Und Gott hat angefangen, mir nicht nur einige spektakuläre Dinge zu lehren, sondern hat mich spektakulär gebraucht. Und von den Sachen hatte ich gar keine Ahnung. Ich wusste nicht mal, um was ich hätte beten sollen. Das war nicht so, dass ich gesagt hätte, Herr, ich brauche das und das und das und das möchte ich auch gerne mal erleben. Ich hatte nicht mal genug Wissen, um überhaupt Fragen zu formulieren. also es war vielmehr so, der Herr begann mir mehr und mehr etwas zu zeigen. Und dann habe ich also einfach das geschätzt, was Gott mich lehrte und habe mich diesem Prozess hingegeben. Und dann habe ich etwas realisiert. Wenn du in deinem Gebetssessel sitzt und du betest und dann taucht ein Engel auf oder der Herr selbst taucht auf oder der Wohlgeruch des Herrn kommt oder seine Gegenwart kommt in mächtiger Weise. Weißt du, was das mit dir macht? Das bewirkt, dass du Zeit mit ihm verbringen möchtest. ist nicht so, dass der Herr mich überzeugen muss, jetzt geh mal wieder und bete. Weil ich weiß noch gut, diese Visitation. Das war das schönste, was ich je erlebt habe. Gott ist real. Ich weiß, Gott ist real. Aber wenn er hineinkommt in deinen Raum oder ein Engel sich zeigt, dann führt das auf eine neue Ebene. Wie alle Dinge des Himmels sind jetzt verfügbar für uns. Und wir fangen an, das zu erfahren. Und das ist es, was bewirkt, dass du noch mehr Zeit im Gebet verbringen willst. Und dann merkst du, das ist gar keine Zeit Verschwendung. Ich verschwende gar keine Zeit. Sondern wir erlauben Gott, uns zu lehren und von dem Ort aus kann Gott anfangen, uns mächtige Lektionen mitzugeben. Ich habe so viel gelernt über geistlichen Kampf nach meiner eigenen Befreiung und darüber in Autorität zu gehen. Und das war so stark. Und ich war so was von begeistert für Leute zu beten. Aber meine Vorstellung war, dass jedes Mal, wenn ich irgendwo irgendwas Böses ausmache, dass ich sofort hinein in die Kampfführung gehen sollte. Und hatte die ganz grundlegende Anweisung vergessen leider. Denn ich mochte so gerne in den Kampf zu gehen. Ich mag es zu sehen, dass Menschen frei werden. Und dann an einem Tag meine geistlichen Augen waren geöffnet. Ich sah einige böse Geister. Ich habe gedacht, na gut, dann geht es dahin, die werde ich mal zurecht weisen. Und dann tauchte ein Engel auf. Er sagte, mach das nicht. Und dann habe ich gedacht, das ist aber komisch. Er sagte, nicht in unnötiger Weise da irgendwo reinprasseln. Und ich wusste nicht genau, was er jetzt sagen wollte. Er sagte, komm höher hinauf. Komm hinein an den himmlischen Ort, da wo der Feind dir nichts kann. Und fang an, von diesem himmlischen Ort aus zu erklären. Und dann habe ich gedacht, wow, was ist das denn für eine super Lektion. Und das war äußerst wichtig für mich, zu realisieren, wir müssen immer in Gedanken tragen, dass wir nicht den Feind mit reinziehen oder dass wir immer gleich Streit suchen. Wir ringen nicht aus eigener Kraft, sondern von einem himmlischen Platz in Christus aus. ich habe gedacht, dessen müssen wir uns immer bewusst sein. Da habe ich gedacht, aber wie macht man das denn? Herr, wie macht man sowas? Wie machen wir denn überhaupt irgendwas? Aus Glauben. Alles im Reich Gottes machen wir im Glauben. Da habe wie mache ich das denn jetzt im Glauben? und dann hat der Herr es mir gezeigt. Denn beim ersten Mal war es der Engel, der mich mit nach oben nahm. Also kommt jetzt jedes Mal ein Engel? Nein, es ist nicht passiert. Der Herr sagte in deiner Vorstellung, sieh dich an dem Ort, wo du bist, nämlich im himmlischen an den Orten gesetzt. Denn in Christus bist du gesetzt zur rechten Hand Gottes. Sieh darauf, während du jetzt anfängst zu beten. Schau darauf und realisiere es, während du ins Gebet gehst und Kampfhörung machst. Und das ist dein Schritt des Glaubens. verkünden vom himmlischen Ort aus zu machen. Und ich habe gedacht, das muss wichtig sein, so wichtig genug, dass der Herr ein Engel sandte, mir das zu sagen und zu übermitteln. Denn wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut. Aber auf der anderen Seite tun wir nur das, was wir unseren Vater tun sehen. Wir treffen keine Entscheidung, nur weil es ganz gut anhört. Viele Leute lesen irgendein Buch oder hören eine Predigt und sagen, interessant, hört sich gut an. Das machen wir mal. Und da kannst du richtig im Ärger landen mit so einem Kram. Nicht, dass wir keine Anweisungen entgegennehmen würden durch Bücher oder Botschaften, aber der Heilige Geist muss uns die Sachen bestätigen und sagen, ja, das sollst du genauso machen. Du kannst nicht einfach da eine Entscheidung treffen, nur weil du es möchtest und dann legst du los. Und ich weiß, dass es wahr ist, denn ich habe Freunde, die erzählen mir jeden Tag, bete für mich, ich werde angegriffen, ich reiße die Festung ein, dieser Stadt oder über diesem Land. Der Herr hat mir gesagt, ich soll das tun, aber er schützt mich nicht. also ich werde die ganze Zeit angegriffen und ich muss glauben, dass wenn der Herr uns etwas aufträgt, etwas zu tun, dann bevollmächtigt er uns auch dafür. Der Herr hat mir einige unglaublich schöne Lektionen geschenkt. Vom Herrn selbst, von Engeln, von anderen, durch Mitgläubige. Der Herr spricht zu dir und dann hörst du vielleicht nicht zu und dann kommt auf einmal ein Bruder zu dir und sagt hey, der Herr sagt dir, mach das da. Es mir erst letzte Woche passiert. Du hörst die Stimme Gottes und manchmal muss Gott dir noch mal einen nachlegen, um dich da hinzukriegen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den kleinen Kaninchenfaden noch gehen sollte oder nicht. Ich kann den ruhig einschlagen, solange ich nicht vergesse, wo ich gerade war. Ich machte mich da bereit zu sprechen und ich nehme gerne meine Notizen mit, wenn ich irgendwo predige. Und der Herr sprach zu mir und er sagte, nimm deine Notizen nicht mit nach vorn. Dann habe ich gesagt, aber Herr, ich mag meine Notizen. Der Herr sagte, nimm sie nicht mit. sagte, Herr, ich mag diese Notizen. Und ich sitze da immer noch und habe meine Notizen alle in der Hand. Und dann legt jemand von hinten die Hand auf meine Schulter und flüstert, was der Herr dir auch gerade sagt, tu es. Okay, Herr, na dann werde ich so machen. Unsere Nachbarschaft, unsere Siedlung, da wo wir leben, ist voll mit Zauberei. So viele Leute, die so einen Kram machen. Manchmal habe ich mich gefragt, Herr, warum in aller Welt hast du uns hierher ziehen lassen? Aber na klar hat er auch damit einen Zweck. Ich habe so viele Leute gehört, die haben darüber gesprochen, loszugehen und Kampfführungen zu machen über verschiedene Regionen. Vielleicht fragt ihr euch, wieso fängt ihr jetzt an hin und her zu gehen, also vor und zurück. Ich will sicherstellen, dass hier auf der Seite keiner schläft. Haha. War natürlich ein Witz. Ich wusste, bei uns in der Gegend gibt es viel Zauberei. bei uns in unserem kleinen Städtchen. Dann haben wir auf einmal Tierköpfe gefunden, bei uns auf dem Grundstück. Oder eben auch kopflose Tiere, alle verrückten Sachen. Oder kleine Notizzettel mit merkwürdigen Texten da drauf und Schriften. Also wusste ich, in der Nachbarschaft ist irgendwas krumm. Aber Gottes einzige Anweisung an mich war, mach Gebetsspaziergang durch deine Siedlung. Bete Segnungen aus über deine Siedlung. Ich segne die Familien. Ich segne die Häuser. Ich segne jede Seele hier in der Nachbarschaft. Ich setze Gottes Rettung frei. Und meine Frau und ich waren zusammen auf Gebetsgängen. Wir haben immer so eine Stunde gebraucht. Das haben wir acht Jahre lang gemacht. Nach acht Jahren, ohne überhaupt danach zu suchen, dass es jetzt geschehen würde, stand ich bei uns vorm Haus und dann griff mich der Herr und nahm mich in den Geist und zeigte mir den Fürsten über diese Siedlung. Ich habe nichts gesagt, ich hatte nichts getan und ich sah einfach, wie der zu Boden knallte. Ich habe gedacht, das ist sehr seltsam. Er sah aus wie ein riesiger Drache. War wahrscheinlich 300 Meter lang, das Teil. und weil ich nun mal neugierig bin, bin ich da mal hin und habe mich daneben gestellt und der Kopf war groß wie ein Auto oder noch größer und ich stand da und habe mir das angesehen und das guckte mich dann an und dann hat der Herr Worte in meinen Mund gelegt. Hat der Herr schon mal Worte in deinen Mund gelegt? Du siehst etwas und denkst dann, wo ist das denn gerade hergekommen? Aber der Herr hat also Worte in meinen Mund gelegt? Du kannst hier nicht bleiben, du musst weg. Es waren sogar zwei und die sind dann weg. Und der Herr hat also das Werk getan. Alles, was ich gemacht hatte, war ein Gebet Spaziergang. Ich habe das getan, was der Vater Auftrug. Ich mag den Gedanken an Kampfführung. Gibt es noch jemanden hier, der das irgendwie gut findet? Ich finde es so gut, dass der Herr uns ein Schwert gegeben hat. Wir lesen die Bibelstelle, lass den hohen Lob, das hohe Lob Gottes in deiner Kehle sein und ein zweischneidiges Schwert in deiner Hand. Und dann denken wir Ja! Aber mir wurde dann klar, ich habe genau das gemacht, was der Vater gesagt hatte nicht meinen Plan durchgezogen, sondern ich hörte seine Stimme und folgte ihr und dann hat er sich auch um die Situation gekümmert. Das ist ein nächster Grund, weshalb wir zu hören und zu gehorchen haben. Verbringe Zeit im Gebet. Dein normales Leben sein. Triff eine Entscheidung, du wirst alle Zeit dir des geistlichen Raumes bewusst sein. Du wirst nicht nur hin und wieder mal gerade hineingehen, du machst einen Schritt rein und bleibst da, geh ums nicht zurück. Und der Heilige Geist wird deinen Schritt führen, jeden Moment deines Tages, an jedem Tag. Nicht, weil wir unter Angst leiden, nicht, weil Gott uns kein Gehirn geschenkt hätte, weil unser Gehirn, wenn es geheiligt ist, wird die Übereinstimmung mit dem Heiligen Geist vorgehen. als gereifte Söhne und Töchter Gottes sollten wir wissen, wie man Sachen richtig angeht und sollten auch mit dem Geist fließen. Das sollte richtig normal sein. Aber es bleibt ein Entschluss, den wir zu treffen haben. Okay, vielleicht zwei Gehirn. Also, wie geht man da drin? Ich erzähle euch einige Geschichten, okay? Ein paar Zeugnisse dazu. Ich hatte angefangen zu erzählen, der Herr kann dich mitnehmen, so viel Philippus. Und der Herr hat zu dem gesagt, ich soll eigentlich alles erzählen, was er so macht in meinem Leben. Weil wir haben keine Zeit mehr, das langsam zu entwickeln. Wenn du in den Dingen gehen willst, wird Gott sie dir bereit schenken. Als ich Zeit im Gebet Sessel zubrachte, war ich häufige Male in Anbetung. Beim ersten Mal, als ich mitgenommen wurde. Das musst ich dir einfach mal erzählen, oder? Wahrscheinlich kennen einige von euch die Story sogar schon. Gewöhnlich warte ich auf Gott in meinem Gebet Sessel. Aber diesmal habe ich einfach angefangen anzubeten. Ich sitze also in meinem Sessel und ich bete Gott an und dann verliere ich alle Zeit. Hast du das schon mal erlebt? Du betest an und Zeit existiert nicht mehr. Zeit ist weg. Und dann wurde es halb fünf morgens und habe gedacht Hilfe in ein paar Stunden muss ich zur Arbeit. Ich habe gedacht wenigstens eine Stunde Schlaf sollte ich mir reintun. Also dann bin ich aufgestanden und durchs Haus gegangen. Habe mir noch was zu trinken geholt, ein Glas Wasser. Und dann habe ich gedacht, was für ein wunderbarer Abend. Was für ein herrlicher Abend mit dem Herrn. und dann fühlte ich mich so energiereich, so voller Leben. Dann habe ich gedacht, ich mache mal einen Schritt raus. Und dann ziehe ich mal richtig gut einen tiefen Atemzug frische Luft rein. Und dann bin ich also raus und schritt vor die Tür. Und als ich den Schritt ging, fand ich mich plötzlich vor einer Kirche wieder. Gott hatte mir vorher schon ein paar Sachen gezeigt. Ich war also jetzt nicht völlig überrascht, als hätte ich sowas nie in irgendeiner Form erlebt. Aber ich sagte, Herr, das hier wird mit Sicherheit das coolste bislang. Ich gucke also durch die Gegend und dann sehe ich einen farbigen Mann, etwas so alt wie ich und der Herr redet zu mir. Er sagt, ich habe in deine Tasche etwas Geld gesteckt. Geh mal hin und gib es ihm. Also habe ich die Tasche gefasst und jawohl, da war Geld, von dem ich genau weiß, ich hatte es vorher nicht. Also bin ich hinüber gegangen und habe dem das Geld geschenkt. Und der war richtig begeistert und er sagte, damit kann ich drei Container Essen kaufen. Also ich wusste irgendwie, der hat offensichtlich so etwas wie ein Programm, wo anderen Leuten was zu essen gibt oder so. Und war natürlich begeistert, dass der Herr mich jetzt auf solch eine Art und Weise gebrauchte. Denn wir lesen Storys in der Bibel, aber ist das auch was für uns tatsächlich? Passiert sowas überhaupt? Und vielleicht habe ich ja gerade nur irgendwie eine Art Zusammenbruch oder was? Vielleicht ist es nur ein äußerst lebendiger Traum. Denn ich kann dir etwas sagen zu den Wundendingen mit Gott. hier dieser natürliche Sinn versteht nichts von den Dingen Gottes. Das ist eine Tatsache. So steht es hier in dem Wort. Der natürliche Sinn kämpft gegen jedes Wunder. Du betest dafür, dass jemand geheilt wird und dann sagt dein natürlicher Sinn hinterher nur noch ne ne endlich hat jetzt die Medizin gegriffen darum geht es dem jetzt besser. Oder irgendjemand hat ein Herzproblem und der Arzt bestätigt es auch noch jetzt kommst du und betest die Person wird geheilt und dann sagt die Person offenbar hatte ich gar kein richtiges Problem weil der natürliche Sinn versucht wirklich die Ehre dem Geistlichen fernzunehmen also stehe ich da vor dieser Kirche und ich habe dieselbe Wahrnehm Fähigkeit und Bewusstsein wie jetzt gerade hier so stehe ich da wie hier ich sehe alles jede Person und es scheint alles ganz normal zu sein nur es kam ein bisschen komisch zustande und dann habe ich jetzt diese Idee da sah ich nämlich zwei Frauen da auf dem Bürgersteig und ich habe gedacht zu denen gehe ich mal und rede mit ihnen und dann frage ich sie zu der Konferenz oder was da ablief und wenn der Herr mich dann zurück nach Hause bringt dann werde ich mich an den Computer setzen und alles richtig googeln dass ich mal eine Bestätigung habe dafür ich will da nicht nur vertrauen dass der Herr so was macht weil mein natürlicher Verstand der braucht Beweise also bin ich hingegangen zu den Frauen und habe gefragt und gesagt mach dir keine Gedanken darum komm wir beten mal für dich und dann haben die angefangen für mich zu beten und zu prophezeien haben in Sprachen gebetet und die haben gar nicht erst gefragt wofür ich gebet wollte die haben gleich losgelegt das findet man bei charismatischen Frauen mir ist das auch auf Konferenzen aufgefallen ich war da mal auf einer Konferenz in der Nähe von uns zu Hause und die haben gesagt alle Leute die Gebet haben wollen kommt nach vorn dann habe ich gesagt ja Gebet will ich haben also bin ich nach vorne gegangen und da waren zwei Frauen da und ich habe angefangen erst mal auszubereiten wofür ich Gebet haben wollte und dann sagt die nee das ist nicht das was der Herr sagt und dann haben die angefangen zu prophezeien und gesagt Gott mach deine Augen auf und Visitationen vom Herrn Jesus kommen zu dir und ich muss zugeben ihr Gebet finde ich dann doch besser als meins als das was ich eigentlich haben wollte also wollte ich eine Bestätigung und der Herr hat das nicht zugelassen denn das Nächste was ich noch wusste war die beten für mich und fünf Minuten später stehe ich also wieder zu Hause habe gedacht das ist komisch aber eine Bestätigung hatte ich jetzt nicht und der Herr hat mir auch dazu was gesagt er macht diese Dinge wirklich in dieser Stunde ich habe einen Bericht nach dem anderen gehört von wirklich vielen Leuten es gibt Pastoren die sind Pastoren für Gemeinden die liegen voneinander hunderte Meilen und der Herr und der Herr transportiert sie immer von einer Gemeinde zur anderen so was passiert Gott kann das oder kriegt Gott das hin oder nee ja kriegt er mein Gott kann mein Gott kann so was mein Gott kann alles der kann sogar uns gebrauchen dafür wie herrlich ist das denn und wir können wirklich sein so wie solche Leute denn Gott schaut die Person nicht an macht keinen Unterschied Amen und wir sollen sein wie genau diese Person und das ist wichtig das ist sehr sehr wichtig in der Lage zu sein in diesen Dingen zu gehen jetzt war ich auf dem Kalinischen Hasenpfad aber jetzt geht es um der Herr hat mir also etwas gesagt über Bestätigungen er sagte der geistliche Bereich ist der größere oder höhere Bereich der materielle Bereich ist geschaffen worden heraus aus dem nicht sichtbaren Bereich richtig der Herr sagte noch immer denkst du mit deinem natürlichen Sinn du willst dass der materielle Bereich den geistlichen Bereich bestätigt und sagt das ist tatsächlich so wenn du so denkst gibst du dem materiellen Bereich größere Glaubwürdigkeit kannst du das sehen was der Herr mir da sagte er war nicht bereit zu gestatten dass etwas niedrigeres das größere bestätigen würde und wollte auch nicht dass ich überhaupt irgendeine Bestätigung haben würde solange bis ich aufhörte danach zu suchen und in dem geistlichen Bereich in der Dimension habe ich sehr viele Bestätigungen bekommen da war der Elisa der kam der schaute hinein in das Schlafzimmer des Königs um dessen Geheimnisse zu erfahren kennt ihr die Story ja ist sowas denn normal ist sowas denn normal für uns normal na klar macht Gott sowas mit uns der Herr hat sowas zum Beispiel mir gestattet als ich für meine Kinder betete dann bin ich im Geist unterwegs gewesen Paulus spricht übrigens darüber er erzählt in einem Brief ich habe euch besucht im Geist konnte körperlich nicht da sein aber im Geist bin ich anwesend viele Leute lesen so einen Vers und denken da ja der hat wahrscheinlich tolle Gedanken zu denen gedacht na klar ne ich glaube das hätte auch noch hinkriegen können zu formulieren wenn er das hätte sagen wollen aber der Herr zeigte mir etwas er zeigte mir er zeigte mir er kann jede Situation nehmen und kann Leute auf diese Art und Weise gebrauchen er kann die Wunder wirken ich habe also für meine Kinder gebetet und habe dann gesagt Herr was ist nur los bei denen im Leben mein Sohn war hunderte Meilen entfernt und dann habe ich Fürbitte gemacht und er war auf meinem Herzen ich habe gebetet und gebetet das Blut Jesu über meinen Sohn und ich habe Fürbitte getan und plötzlich stehe ich in seiner Wohnung warum macht Gott sowas mit dir warum hat er das denn mit Elisa gemacht warum hat Gott sowas mit Philippus gemacht es gibt da eine Absicht hinter also hat der Herr mir gezeigt was da los ging und dass ich genau wüsste wie zu beten wäre und als das also passiert war habe ich meinem Sohn dann gesagt gestern war ich bei dir zu Hause und das ist was deine Freunde gemacht haben das ist worüber die geredet haben das ist wo die waren das ist wer alles da war und dann hat er seine Freunde dazu befragt und seine Freunde haben dann gesagt wie in aller Welt kann dein Papa das wissen weil mein Papa komisch ist nein es ist der Welt fremd aber uns Gläubigen ist es nicht fremd für viele Leute fällt das schwer die tun sich schwer damit weil du musst glauben dass Gott solche Sachen noch macht auch für dich in meiner Gemeinde sagen sie dir geradewegs was glaubst du wer du bist dass Gott dich so gebrauchen würde wie einen von den Superhelden der Bibel und das was dir da entgegenschlägt ist ein antichristlicher Geist weil du weißt Gott ist keiner der einen Unterschied macht bei uns schau das Leben einiger der Bibelhelden an und die gehören nicht wirklich auf den Sockel die beten wir nicht an viele von denen hatten so die eigenen Herausforderungen mit denen sie zu tun hatten Glauben Glauben und Zweifel und Angst Ungehorsam ist das wahr es ist aber Gott hat sie trotzdem gebraucht mächtig in seiner Weise also selbst wenn diese Dinge irgendwie herausfordernd sind kann ich dir sagen wir leben in einer Zeit wo es notwendig sein wird willst du einen Schutz haben über deiner Familie willst du wissen was los ist bei denen im Leben ich schon der hat mir gezeigt das ist nicht nur möglich sondern er macht das alle Zeit über wenn du jetzt einmal eine Entscheidung getroffen hast dass du sagst ja ich werde da hineingehen zur Ehre Gottes es geht hier nicht um Entertainment und Unterhaltung das musste Gott mir zeigen und deutlich machen einige Male haben Engel mich da zurechtgewiesen der Herr selbst hat es mir sehr deutlich gesagt wieso weil für mich das auch ein Prozess des Lernens war es wird dir genauso gehen denn wir wissen das nicht wir kennen uns nicht aus es sei denn Gott lehrt uns also ich habe zum Beispiel für meinen Sohn gebetet und war dann da wo er gerade war manchmal ist das so oft geschehen dass ich mich nicht mal mehr erinnern konnte an all das wo es so geschehen war meine Tochter auch die war irgendwo und ich wusste eigentlich nicht wo die war sie ist ein Erwachsene das weiß ich vergeb mir also ich bete und ich sage Herr wo ist sie was macht sie und plötzlich fliege ich durch die Luft wie Superman ich weiß das hört sich irre an mir doch egal das ist was passiert ist also wenn es dir passiert dann sag einfach okay habe ich schon mal gehört sowas passiert und dann flog ich hinein in eine Stadt die ich wieder erkannte und ich kenne den Namen der Stadt und plötzlich fliege ich da hinunter in eine Straße und sehe das Straßenschild da steht Green Street grüne Straße und werde vom Geist geführt weil ich habe ja keine Ahnung wo ich eigentlich hin soll also geht es in eine nächste Straße kleine Biegel und ich lande vor einem Haus und ich sehe also die Anschrift des Hauses und dann habe ich die Führung da hinein zu gehen also gehe ich durch die Tür die Treppe hinauf und dann sehe ich meine Tochter mit mehreren Freunden die schauen Fernsehen und unterhalten sich ich weiß alles ist in Ordnung und bleibe also ein bisschen da um nochmal zuzuhören worüber die sich unterhalten jetzt guck mich nicht so an du hättest es genauso getan und als ich dann zufrieden war bin ich nach Hause am nächsten Tag habe ich es meiner Tochter erzählt und sie kam mit Freundinnen da herein die war auch da ich habe gesagt du bist da gewesen das war die Hausanschrift und das ist wer alles im Wohnzimmer saß und ihr habt darüber geredet meine Tochter sagte ja Papa das stimmt alles ich hätte dich anrufen sollen warum reagiert dann meine Tochter so weil bei uns zu Hause ist das übernatürlich in natürlich ja weil jeder von uns ist jetzt an Bord wir haben entschieden Gott kann alles tun was er auch nur will und das wird für uns das normale Leben sein also ihre Freundin jedoch die hat diese riesen Augen bekommen wie hat dein Vater das gewusst weil er ist merkwürdig nein sie hat es dann versucht zu erklären dass Gott Dinge offenbart für sein Volk er gibt uns diese Geschenke und Einsichten Worte der Weisheit damit wir Dinge wissen werden die wir sonst niemals wüssten und das kann er auch noch machen wie er will Amen Amen dann wird es normales Leben und ich habe wahrscheinlich einige lustige Geschichten darüber erzählt über meine Kinder und jetzt sind nicht alle Geschichten lustig ich versuche es ein wenig leicht und locker zu halten weil das Thema ist ja ein bisschen schwieriger vielleicht manchmal fällt es den Leuten schon schwer das einfach zu fassen dass Gott auch sie auf diese Art und Weise gebrauchen will oh nein das machen doch die vom New Age aber Christen die dürfen das nicht nun ich bin fester Gläubiger wenn überhaupt irgendeiner übernatürlich sein sollte dann doch wir nicht die Welt lasst sie machen was die wollen das ist in Ordnung ich und mein Haus wir werden alles entgegennehmen was der Herr für uns hat ich hatte ja gesagt es ist wichtig in diesen Dingen zu gehen es ist aus so vielen Gründen wichtig und das ist ernst viele Dinge mit denen wir zu tun haben sind sehr ernst da geht es um Leben und Tod buchstäblich Leben und Tod wir können in ein Krankenhaus fahren das war der natürliche Sinn vielleicht der sagt fahren wir können dahin gehen dann siehst du jemanden Krankes und dann weißt du du musst beten und dann wissen wir das könnte hier jetzt um Leben und Tod gehen und der Herr kann dich in gleicher Weise mitnehmen wenn er möchte dass du irgendwo betest manchmal wissen wir aber gar nicht was wir beten sollen und da kam so eine Familie und sagte unser Sohn benimmt sich sehr eigenartig er plagt die anderen Kids in der Schule er greift sie an er zerreißt deren Klamotten sehr aggressiv würdest du da mal beten und ich muss zugeben beim ersten Mal als ich gebetet habe habe ich nicht so gebetet wie ich vielleicht für meine eigene Familie beten würde das war mein Fehler da hatte ich nur gebetet Herr bitte heil seinen Sinn befreie ihn von allem was da los ist ich habe im Glauben gebetet aber ich habe nicht wirklich bei Gott noch eine Antwort gesucht zwei Wochen später haben sie mich kontaktiert und gesagt jetzt wird es gerade richtig schlimm wir haben keine Ahnung was passieren wird aber es wird ganz übel kannst du bitte wieder beten da habe ich gesagt okay und dann führte der Herr mich dahin ernsthaft zu beten und dann von meinem Ort der Stille aus höre ich auf den Herrn und ich sage Herr zeig mir was da los ist zeig mir worin das Problem besteht damit ich weiß wie zu beten ist und dann ergriff mich der Herr in den Geist hinein und führte mich zu deren Haus und zeigte mir ein Verwandter als kein anderer da war hat dieses Kind misshandelt in ganz böser Weise hat er das Kind behandelt und das Kind wusste nicht was zu tun weil es ein Kind ist aber keiner hätte das geglaubt dass das überhaupt passierte weil dieser Verwandte war ein sehr religiöser Mensch ein Kirchgänger aber er hat in übelster Weise diesem Kind zugesetzt und dann hat der Herr mir gezeigt was da los war und ich muss einräumen im Fleisch war ich richtig ärgerlich aber ich musste mich natürlich damit auseinandersetzen auf der Weise des Herrn und dann hat der Herr mir gezeigt wie ich zu beten hatte und dann habe ich gebetet so wie der Herr es zeigte und dann sagte ich aber Herr manchmal ist es so als wären diese Kinder markiert und gekennzeichnet vom Feind und dass sie ein ganzes Leben lang dann nur von Leuten gepeinigt und gequält werden und der Herr sagte ich werde einen Engel an die Seite beordern und als der Herr das sagte erschien der Engel der war drei Meter groß und guckte richtig ernsthaft und der Herr sagte dieses Kind wird nie wieder übel angerührt werden und dann habe ich gesagt okay danke Herr und genau der Woche wurde der böse Verwandte aus dem Haus dieses Kindes für immer entfernt und deswegen müssen wir in diesen Dingen gehen dazu ist es wichtig im Übernatürlichen zu gehen wer wird diese Menschen retten wenn nicht du wer wird es tun wenn nicht wir wir müssen in diesen Dingen gehen das kann normales Leben sein es sollte normales Leben sein und je mehr ich mich dem hingegeben habe was der Herr so machte umso mehr begann er mich darin zu gebrauchen manchmal ist es ein wenig komisch oft ist es das aber wie fängt das wirklich für dich an wie ist es bei mir angefangen ist irgendeiner neugierig will das jemand noch hören na dann erzähle ich es einfach trotzdem diese Geschichte hat nämlich ein glückliches Ende preiser Jesus ein gutes Ende Halleluja ja weil der Herr hat das Problem gelöst wenn du wünschst dass solche Dinge bei dir geschehen auf den Herrn in Stille warten sich jederzeit des geistlichen Raumes bewusst zu sein wie macht man das wie bist du dir alle Zeit über des geistlichen Raumes bewusst ganz häufig sehen wir den ja nicht einmal wie bleibt man sich dessen bewusst wie wird das auch nur normal für das tägliche Leben wir treffen die Entscheidung dazu jetzt haben wir die Entscheidung getroffen was mache ich denn dann na du musst schon was machen also horch mal hin was der Heilige Geist sagt der Heilige Geist stellte mir Fragen und weißt du als der Herr anfing mich zu lehren über das Sehen im Geist schenkte er mir Lektionen Lektionen in der Nacht und er sprach zu mir über alle möglichen Dinge die uns abhalten davon zu sehen und dann über alle Wege wie wir sehen können und einmal gab er mir eine Lektion und er sagte schließt die Augen also habe ich die Augen zugemacht und dann konnte ich ganz klar hineinschauen in den geistlichen Bereich er sagte jetzt mach die Augen auf also habe ich das getan und dann konnte ich alles ganz klar im natürlichen Raum sehen er sagte schließt die Augen wieder diesmal konnte ich mit geschlossenen Augen nur den natürlichen Bereich sehen und jetzt sagt er mach die Augen wieder auf auf einmal konnte ich dann nur den geistlichen Bereich und das Ganze hat er achtmal mit mir gemacht und jedes Mal sah ich irgendwie anders und dann wurde mir irgendwie klar da ist ja noch viel mehr hinter als ich dachte und ich gehorchte eine Anweisung Gottes und dann hat also der Herr zu mir gesagt als ich gefragt habe wie gehe ich denn da drin wenn du morgens aufwachst schaust du erst hinein ins natürliche oder schaust du erst ins geistliche ja ich mache mich bereit für die Arbeit ich gucke erst mal aufs natürliche zur Toilette muss die Zähne putzen muss mich kleiden und der Herr sagte warte schau erst mal mit den geistlichen Augen beweg dich noch nicht mal aus dem Bett wenn du zehn Minuten eher aufwachen musst dann mach es halt bevor du deinen natürlichen Augen gestattest zu gucken schau erst mal hinein in die geistliche Dimension wie macht man das ja frag den Herrn danach ja bitte zeig mir was ist hier gerade in der geistlichen Dimension ich weiß hier der Lautsprecher ist zum Beispiel in der materiellen und die Vorhänge aber das was dazwischen ist was so aussieht wie ein leerer Raum da gibt es eine geistliche Dimension also guck einfach mal so da durch die Gegend schau nicht auf die natürlichen Dinge sondern mit Absicht erst schaust du nach geistlichen Dingen das ist wie ein Training wir wissen längst wie wir im natürlichen Bereich unterwegs sind das ganze Leben haben wir darauf verwendet sowas zu machen jetzt geschieht die Veränderung der erste Gedanke ist ich schaue hinein in den geistlichen Bereich selbst wenn ich nichts sehen sollte meine Absicht ist ich werde hineinschauen in den Bereich und der Herr sagte wenn du sprichst was ist das erste das du sagst sind es natürliche Worte ja Herr für gewöhnlich sage ich meiner Frau hallo oder lass mich noch fünf Minuten schlafen und der Herr sagte ah ah lerne jetzt im Übernatürlichen zu gehen willst du in der geistlichen Dimension dich bewegen dann lass die ersten Worte die aus deinem Mund kommen etwas geistliches sein rede in Sprachen bete an verbinde dich mit dem Herrn lass das die ersten Worte sein den physischen Bereich den kennen wir schon zu gut wir verändern Dinge wir gestatten dem Herrn Dinge zu verändern das erste was wir sprechen wird etwas sein das Gott ehrt und wir geben uns ein beim Heiligen Geist so fängt man also den Tag dann an was macht man als nächstes das Wort sagt ja betet ohne Unterlass selbst wenn du Unterhaltung führen musst mit anderen Menschen wenn ich mich zur Arbeit bereit mache in der Vergangenheit habe ich vielleicht gesungen wenn ich unter der Dusche stand oder habe es Radio angehört oder sogar im Fernsehen wenn ich mich anziehe und das ist okay aber weißt du was lass uns gleichzeitig auch noch beten lass uns die Familie hochheben lass uns die Nöte hochheben lass uns im Geist beten und lass das den Start deines Tages sein wir setzen fort im geistlichen Bereich wir haben Dinge die wir im natürlichen Bereich tun müssen aber lass uns auch Schritte im Geist gehen zur gleichen Zeit ja Herr das werde ich also machen also treffe ich Verkündigungen über meine Familie ich bete und dann bin ich zum Beispiel etwas eher aufgestanden was ist das erste was du liest ist das ein Magazin eine Zeitung vielleicht lass das erste was du liest eine Bibelstelle sein wir gestatten dem Herrn uns neu zu trainieren damit jeder Lebensbereich übernatürlich wird wenn wir das machen wird es normal für die Wunder das erfasst dein Zuhause der Himmel packt dein Zuhause es ist sowas von stark was alles geschehen kann dann bin ich zur Arbeit gefahren und der Herr sagte was siehst du ja Herr ich sehe hier Wolken und da das Licht der anderen Autos die Scheinwerfer der Herr sagte nein 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 schau in die geistliche Dimension also sah ich in einiger Entfernung diese ganzen Wolken die Erde ist der Fußschemel des Herrn und der Herr sagte schau zum Thron und in meiner Vorstellung ich habe das nicht mit den natürlichen Augen gesehen aber innen drinne sah ich den Thron Gottes habe ich gedacht oh ist das schön und offensichtlich kannst du das nicht so weit treiben bis du dann irgendwo die Straße runterfährst aber sei dir bewusst des Herrn und des Himmels des Thrones Gottes und mir fiel auf als ich das so machte in meiner Vorstellung dass ich meine geistlichen Augen dann zudem auch öffne und dann bin ich so die Autobahn runtergefahren und es war morgens noch ein bisschen dunkel und dann habe ich so Lichtbalken gesehen überall an diesem Ort habe Engel gesehen und habe himmlische Aktivität gesehen denn mein Fokus war jetzt himmlisches Sachen die man schnell einfach sagt ach was wird das denn wenn dein Sinn immer auf natürlich eingestellt ist und dann siehst du was geistliches wirst du sagen das war doch nichts ergibt keinen Sinn wahrscheinlich bin ich ein wenig müde ja passiert sehr häufig passiert ich weiß dir geht es nicht anders dann siehst du was du drehst dich hin um zu gucken und dann ist doch nichts da schon mal erlebt? also weißt du genau wovon ich spreche aber unsere Absicht müssen die Dinge des Himmels sein und dann kommen wir auf der Arbeit an was machen wir dann? der Herr hat mir gesagt du bist jetzt hier auf ein Grundstück gefahren du hast deinen Fuß auf das Grundstück gesetzt jeder Ort an den deine Fußsohle tritt der ist dir gegeben dessen sei dir bewusst und jetzt verkünde das Reich der Himmel hier am Ort also habe ich da erstmal was verkündet ich habe erklärt Gottes Regierung ist hier am Ort und lass den Geist Gottes auf diesen Ort fallen möge Errettung an diesen Ort kommen das war die Absicht das ist was der Herr sagte du willst in beiden Bereichen gehen triff die Entscheidung und dann fängst du an so zu das tun das zu tun es sieht so aus als gehen wir ein bisschen zu weit dann bin ich durch eine Tür gegangen irgendwo was mache ich wenn ich durch die Tür unserer Firma gehe im Natürlichen schaue ich erstmal die Umgebung an aber jetzt wo wir geistlich denken untersuche ich erstmal die geistliche Atmosphäre und zwar in jedem Raum den ich betrete jeden Ort wo ich hingehe eine gute Art und Weise das zu tun ist den Herrn zu fragen Herr zeig mir doch was hier im Raum ist geistlich und selbst wenn du nichts siehst am Anfang deine Absicht ist die zu sehen und obendrein bittest du den Herrn und er hat den Wunsch dir diese Dinge zu geben und er wird dein Ersuchen ehren und anfangen dir die Dinge zu zeigen und dann bin ich so durch die Firma gegangen und habe die Segnung Gottes auf meine Kollegen erklärt und Errettung auf sie herab und dann habe ich so viele merkwürdige Situationen erlebt und das ist alles okay denn wir sind immer aktiv im geistlichen Bereich und egal welche Situation auftritt da gab es einen Kollegen der hat immer gern Leute verflucht etwa jedes fünfte Wort das aus seinem Mund kam war irgendein unsauberes Wort und dann hat er mich eines Tages rüber gerufen und er sagte hey kannst du mir mal bei einer Sache helfen und dann habe ich gesagt klar komme ich dir zu helfen und dann bin ich hingegangen zu ihm und dann fing er an zu reden und zu fluchen und all diese unreinen Sachen zu sagen und dann habe ich gesagt Herr was soll ich machen weil ich das nicht wirklich schätzte all diese Sachen da mit anhören zu müssen und mein Herz war praktisch da nicht richtig ich dachte an meine eigene Unannehmlichkeit und hätte vielmehr sehen sollen vielleicht will der Herr diesen Menschen retten und denke der ist wahrscheinlich dämonisch inspiriert der hat keine Kontrolle über seinen Mund und so flucht der und macht immer weiter und der Herr sagte dann geh einen Schritt näher und dann habe ich gesagt okay dann bin ich also einen Schritt näher zu ihm und der Herr sagte jetzt setz Liebe frei von deinem Geist aus und weißt du ich hatte gedacht vielleicht sollte ich besser sagen ich binde dich in Jesu Namen richtig bin ich der Einzige der sowas sieht und denkt aber der Herr sagte setz Liebe frei und meine Absicht und ich spürte das an meinem geistlichen Menschen dass der jetzt Liebe frei setzte für diesen Mann als ich das tat stoppte der plötzlich wurde ganz weiß und hat dann angefangen zu zittern und hat schnell noch einen Stuhl gefasst und sich hingesetzt und ich habe gesagt geht dir das gut er sagte ja und ich dachte dann daran ich glaube nicht dass der Herr das getan hat für mich es ging dann nicht um mich ich sollte mit sowas zurecht kommen ich glaube der Herr musste ihm zeigen wie sich Freiheit und Liebe anfühlen und das hat ihn sehr machtvoll beeinflusst sehr gut und der Herr hat das mit dem Mann viele Male gemacht weil der hat oft sehr üble Sachen über Jesus gesagt und der Herr hat angefangen ihn zu ändern ziemlich bald kam er dann und stellte Fragen nach dem Herrn hat mich Bibelfragen gefragt und wollte dass ich für ihn bete also bleibt aber witzig der hat also so einen Wahnsinns Rückenschmerz und dann will er dass ich für ihn bete und ich bete für ihn und ein paar Minuten später er sagte oh mach dir keine Gedanken meinem Rücken geht es jetzt wieder gut er hat nie das zusammengekriegt dass Gott da war und etwas bewirkt hatte und ein paar Jahre später hat er einen Herzanfall gehabt und er hatte schon mal einen zuvor und er war geängstigt weil er genau wusste was da passierte und er weinte auf jeden Fall hat er große Angst gehabt und ich sagte lass mich jetzt für dich beten er sagte nein ich habe einen Herzanfall dann haben sie den Krankenwagen gerufen ich sagte ich werde für dich beten also habe ich für ihn gebetet und dann innerhalb von 20-30 Sekunden ist die Angst weggegangen von ihm konnte wieder normal atmen er sagte oh ich glaube ich habe überhaupt keinen Herzanfall er sagte nein wahrscheinlich hast du keinen und das ist Gottes Erbarmen aber wir müssen im Übernatürlichen gehen und die Gegenwart Gottes freisetzen an all den Orten ich bin immer sehr viel mit dem Auto unterwegs gewesen für das Geschäft und überall wo ich hinfuhr habe ich immer die Gegenwart Gottes freigesetzt und dann sagst du ja aber treibst du es nicht ein bisschen zu weiter hört sich so an als bist du die ganze Zeit immer am Gang und versuchst irgendwas zu machen nein es ist normal geworden denn nach einer Weile denkst du gar nicht mehr dran oh ich wollte das ja machen sondern der Herr hat dich in einem bestimmten Pfadweg wo du immer gehst und da bist du dir immer der Gegenwart des Herrn bewusst und der himmlischen Dinge und du weißt immer wann Menschen etwas brauchen es ist nicht so dass du das immer genau bewusst beweisst aber du machst dich schon verfügbar darum geht es erstmal dass der Herr sehr deutlich zu dir sprechen kann was passiert also wenn du nach Hause kommst wieder dasselbe dann betest du erstmal über dein Zuhause betest du über deine Familie meinetwegen spielt er Fußball oder sogar Basketball mit den Kids hast du gewusst dass du dich mit deiner Familie unterhalten kannst und im Geist gleichzeitig in Sprachen beten mach mal bete ohne Unterlass und ich habe darüber so nachgedacht und ich dachte wie in aller Welt kann man beten ohne Unterlass und ich weiß das ist eine geistliche Sache dein Geist der kann alle Zeit überbeten aber ich frage mich kann ich auch laut beten mit meinem Mund ohne Unterlass und dann habe ich gedacht das kann ich nur wenn ich lerne zu sprechen während ich einatme also habe ich genau das gemacht ja wieso nicht also ich habe gedacht ich kann Sprachen beten sowohl wenn ich ausatme wie auch wenn ich einatme jetzt geht es wieder zu weit Mike mit dir jetzt gehen die Pferde mit dir durch es wäre tatsächlich eine Lachnummer wenn ich nicht so herrliche Frucht davon schon in meinem Leben gesehen hätte Gott wird dich auf den Weisen der Wundern gebrauchen und dann siehst du Dinge die dich herausfordern deine Familie die wird mitgenommen auf dieselbe Reise Familie nein Leute die den Herrn gar nicht kennen sehen auf einmal Engel bei dir zu Hause ja absolut wenn du all das entgegen nimmst was Gott für dich hat dann kreierst du eine Atmosphäre in deinem Zuhause und Leben welche die Menschen um dich herum bedecken wird und das habe ich echt schon für viele Leute gesehen du verkündest etwas über dein Zuhause und Dinge fangen an zu geschehen und die Gegenwart des Herrn kommt und meine Frau die liebt kleine Babys jedes Mal wenn sie eine Gelegenheit bekommt sie sagt oh ihr habt keinen Babysitter ah gar kein Problem bring das Kind rüber wir passen auf und weißt du jedes Mal dass diese Babys dann von uns wieder weg kommen dann sind sie zugedeckt mit Goldglitzern es ist ein Zeichen und ein Wunder dein Zuhause wird ein Zeichen und ein Wunder und das erste Mal als ich das sah da war ich total von den Socken Zeichen und Wunder sind etwas sehr anstößiges für viele Leute ich hoffe aber nicht für dich und lass mich dir auch erklären weshalb ich hörte wie jemand sagte wieso würde Gott denn sowas machen warum sollte Gott dir Flunker geben wo so viele Leute doch geheilt werden müssen das ist eine Frage die man stellen darf ja fair ich habe gesagt nun das ist keine Entweder-Oder-Situation es ist doch nicht so als würde ich sagen jetzt such dir eins davon aus du kriegst nur eins denn wenn du ablehnst das was der Heilige Geist tut dann kannst du ihm doch nicht diktieren was er machen soll Herr du hast ja keine Ahnung was du tust Herr diese Zeichen und Wunder kannst du behalten ich will aber dass du dieses Wunder tust so geht das nicht wenn der Heilige Geist denkt dass da etwas wichtig ist was er tun möchte dann müssen wir das ehren wir beten es nicht an wir ehren es schätzen es es ist da aus einem Grund Gott hat Grund für die Sachen die er für uns tut manchmal will er auch nur mal was Schönes für uns tun manchmal möchte er einfach nur dass du weißt dass er dich liebt also ich komme gerade noch zum Tagesende gib mir noch acht Minuten du hast eben Mitternacht gesagt ich weiß schon was du sagen willst weil ich habe gepredigt in einer Gemeinde in Pennsylvania und da hatte ich versucht herauszufinden wie viel Zeit ich habe habe ich gesagt kann ich noch ein bisschen mehr Zeit haben und der Pastor wollte nur nett sein sagte klar red doch noch ein bisschen und schlussendlich hat sie mich dann angewunken und sagte Mike das Mittagessen ist schon seit eineinhalb Stunden fertig wir müssen jetzt stoppen also bringe ich den Tag mal zu Ende den Tagesablauf und dann geht es weiter ich will euch den ganzen Tag gerade beschreiben zu Ende bleib mal gerade noch also kommst du nach Hause und dann erzählst du dir mit deiner Familie die Zeugnisse und Berichte was Gott getan hat ihr guckt vielleicht ein YouTube Video eins das Gott verherrlicht oder er spielt Anbetungsmusik die ganze Zeit über läuft die bei dir zu Hause und wenn du dann ins Bett gehst dann fragst du den Herrn die ganze Zeit Herr zeig mir doch lehre mich etwas und bist beständig da dran am Himmel jeden Moment es hört sich an wie viel Arbeit aber du deshalb nur weil du dem Herrn gestattest dich neu zu trainieren weg zu gehen von dem natürlichen hin zum geistlichen aber es wird so normal wie atmen und recht schnell denkst du nicht mehr nur dran das zu machen sondern du bist mitten drin und du wurdest geschaffen um genau so zu leben darum wird dir das dann auch noch so normal in Jesu Namen empfang es